Aber der Dritte sprach nicht viel, war einfältig und hieß nur der Dummling. Als der König alt und schwach ward und an sein Ende dachte, wusste er nicht, welcher von seinen Söhnen nach ihm das Reich erben sollte. Da sprach er zu ihnen, zieht aus, und wer mir den feinsten Teppich bringt, der soll nach meinem Tod König sein. Und damit es keinen Streit unter ihnen gab, führte er sie vor sein Schloss, blies drei Federn in die Luft und sprach, wie die fliegen, so sollt ihr ziehen. Die eine Feder flog nach Osten, die andere nach Westen, die Dritte flog aber geradeaus und flog nicht weit, sondern fiel bald zur Erde. Nun ging der eine Bruder rechts, der andere ging links, und sie lachten den Dummling aus, der bei der dritten Feder, da, wo sie niedergefallen war, bleiben musste. Der Dummling setzte sich nieder und war traurig. Da bemerkte er auf einmal, dass neben der Feder eine Falltüre lag. Er hob sie in die Höhe, fand eine Treppe und stieg hinab. Da kam er vor eine andere Türe, klopfte an und hörte, wie es inwendig rief, Jungfer, grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbeins Hündchen, Hutzel hin und her, lass geschwind sehen, wer draußen wär. Die Türe tat sich auf, und er sah eine große, dicke Itsche, das ist eine Kröte, sitzen und rings um sie eine Menge kleiner Itchen. Die dicke Itsche fragte, was sein Begehren wäre. Er antwortete, ich hätte gerne den schönsten und feinsten Teppich. Da rief sie eine Junge und sprach, Jungfer, grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbeins Hündchen, Hutzel hin und her, bring mir die große Schachtel her. Die junge Itsche holte die Schachtel, und die dicke Itsche machte sie auf und gab dem Dummling einen Teppich daraus, so schön und so fein, wie oben auf der Erde keiner konnte gewebt werden. Da dankte er ihr und stieg wieder hinauf. Die beiden anderen aber hatten ihren jüngsten Bruder für so albern gehalten, dass sie glaubten, er würde gar nichts finden und aufbringen. Was sollen wir uns mit suchen, groß Mühe geben, sprachen sie, nahmen dem ersten besten Schäfersweib, das ihnen begegnete, die groben Tücher vom Leib und trugen sie dem König heim. Zu derselben Zeit kam auch der Dummling zurück und brachte seinen schönen Teppich. Und als der König den sah, erstaunte er und sprach, wenn es dem Recht nachgehen soll, so gehört dem Jüngsten das Königreich. Aber die zwei anderen ließen dem Vater keine Ruhe und sprachen, unmöglich könnte der Dummling, dem es in allen Dingen an Verstand fehlte, König werden, und baten ihn, er möchte eine neue Bedingung machen. Da sagte der Vater, der soll das Reich erben, der mir den schönsten Ring bringt, führte die drei Brüder hinaus und blies drei Federn in die Luft, denen sie nachgehen sollten. Die zwei Ältesten zogen wieder, nach Osten und Westen, und für den Dummling flog die Feder geradeaus und fiel neben der Erdtüre nieder. Da stieg er wieder hinab, zu der dicken Itche, und sagte ihr, dass er den schönsten Ring brauchte. Sie ließ sich gleich ihre große Schachtel holen und gab ihm daraus einen Ring, der glänzte von Edelsteinen und war so schön, dass ihn kein Goldschmied auf der Erde hätte machen können. Die zwei Ältesten lachten über den Dummling, der einen goldenen Ring suchen wollte, gaben sich gar keine Mühe, sondern schlugen einem alten Wagenring die Nägel aus und brachten ihn dem König. Als aber der Dummling seinen goldenen Ring vorzeigte, so sprach der Vater abermals, ihm gehört das Reich. Die zwei Ältesten ließen nicht ab, den König zu quälen, bis er noch eine dritte Bedingung machte und den Ausspruch tat, der sollte das Reich haben, der die schönste Frau heimbrächte. Die drei Federn blies er nochmals in die Luft, und sie flogen wie die vorigen Male. Da ging der Dummling ohne weiteres hinab zu der dicken Itche und sprach, ich soll die schönste Frau heimbringen. »Ei«, antwortete die Itche, »die schönste Frau, die ist nicht gleich zur Hand, aber du sollst sie doch haben.« Sie gab ihm eine ausgehöhlte gelbe Rübe, mit sechs Mäuschen bespannt. Da sprach der Dummling ganz traurig, »was soll ich damit anfangen?« Die Itche antwortete, »setze nur eine von meinen kleinen Itchen hinein.« Da griff er aufs Gerate wohl eine aus dem Kreis und setzte sie in die gelbe Kutsche, aber kaum saß sie darin, so wacht sie zu einem wunderschönen Fräulein, die Rübe zur Kutsche und die sechs Mäuschen zu Pferden. Da küßte er sie, jagte mit den Pferden davon und brachte sie zu dem König. Seine Brüder kamen nach, die hatten sich gar keine Mühe gegeben, eine schöne Frau zu suchen, sondern die ersten besten Bauernweiber mitgenommen. Als der König sie erblickte, sprach er, »dem Jüngsten gehört das Reich nach meinem Tod.« Aber die zwei Ältesten betäubten die Ohren des Königs aufs Neue mit ihrem Geschrei, »Wir können's nicht zugeben, dass der Dummling König wird« und verlangten, der sollte den Vorzug haben, dessen Frau durch einen Ring springen könnte, der da mitten in dem Saale hing. Sie dachten, »Die Bauernweiber können das wohl, die sind stark genug, aber das zarte Fräulein springt sich tot.« Der alte König gab auch das noch zu. Da sprangen die zwei Bauernweiber, sprangen auch durch den Ring, waren aber so plump, dass sie fielen und ihre groben Arme und Beine in zwei brachen. Darauf sprang das schöne Fräulein, das der Dummling mitgebracht hatte, und sprang so leicht hindurch wie ein Reh, und aller Widerspruch musste aufhören. Also erhielt er die Krone und hat lange in Weisheit geherrscht. Die goldene Gans Es war ein Mann, der hatte drei Söhne, davon hieß der Jüngste der Dummling und wurde verachtet und verspottet und bei jeder Gelegenheit zurückgesetzt. Es geschah, dass der Älteste in den Wald gehen wollte Holz hauen, und ehe er ging, gab ihm noch seine Mutter einen schönen, feinen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit, damit er nicht Hunger und Durst litte. Als er in den Wald kam, begegnete ihm ein altes, graues Männlein. Das bot ihm einen guten Tag und sprach, »Gib mir doch ein Stück Kuchen aus deiner Tasche und lass mich einen Schluck von deinem Wein trinken. Ich bin so hungrig und durstig.« Der kluge Sohn aber antwortete, »Geb ich dir meinen Kuchen und meinen Wein, so hab ich selber nichts. Nein, pack dich deiner Wege!« ließ das Männlein stehen und ging fort. Als er nun anfing, einen Baum zu behauen, dauerte es nicht lange, so hieb er fehl, und die Axt fuhr ihm in den Arm, dass er musste heimgehen und sich verbinden lassen. Das aber war von dem grauen Männchen gekommen. Darauf ging der zweite Sohn in den Wald, und die Mutter gab ihm, wie dem Ältesten, einen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit. Dem begegnete gleichfalls das alte graue Männchen und hielt um ein Stückchen Kuchen und einen Trunk Wein an. Aber der zweite Sohn sprach auch ganz verständig, »Was ich dir gebe, das geht mir selber ab. Los, pack dich deiner Wege!« ließ das Männlein stehen und ging fort. Die Strafe blieb nicht aus. Als er ein paar Hiebe am Baum getan, hieb er sich ins Bein, das er musste nach Hause getragen werden. Da sagte der Dummling, »Vater, lass mich einmal hinausgehen und Holz hauen.« antwortete der Vater, »deine Brüder haben sich Schaden dabei getan. Lass dich davon. Du verstehst nichts davon.« Der Dummling aber bat so lange, bis er endlich sagte, »Ach, geh nur hin. Durch Schaden wirst du klug werden.« Die Mutter gab ihm einen Kuchen, der war mit Wasser in der Asche gebacken und dazu eine Flasche saures Bier. Als er in den Wald kam, begegnete ihm gleichfalls das alte graue Männchen, grüßte ihn und sprach, »Gib mir ein Stück von deinem Kuchen und einen Trunk aus deiner Flasche. Ich bin so hungrig und dürstig.« antwortete der Dummling, »Ich hab aber nur Aschenkuchen und saures Bier. Wenn dir das recht ist, so wollen wir uns setzen und zusammen essen.« Da setzten sie sich, und als der Dummling seinen Aschenkuchen herausholte, so war's ein feiner Eierkuchen, und das saure Bier war ein guter Wein. Nun aßen und tranken sie, und danach sprach das Männlein, »Weil du ein gutes Herz hast und von dem deinigen gern mitteilst, so will ich dir Glück bescheren. Dort steht ein alter Baum. Den hau ab, so wirst du in den Wurzeln etwas finden.« Darauf nahm das Männlein Abschied. Der Dummling ging hin und hieb den Baum um, und wie er fiel, saß in den Wurzeln eine Gans, die hatte Federn von reinem Gold. Er hob sie heraus, nahm sie mit sich und ging in ein Wirtshaus. Da wollte er übernachten. Der Wirt hatte aber drei Töchter. Die sahen die Gans, waren neugierig, was das für ein wunderlicher Vogel wäre, und hätten gar gerne eine von seinen goldenen Federn gehabt. Die Älteste dachte, »Es wird sich schon eine Gelegenheit finden, wo ich mir eine Feder ausziehen kann.« Und als der Dummling einmal hinausgegangen war, fasste sie die Gans beim Flügel, aber Finger und Hand blieben ihr daran festhängen. Bald danach kam die Zweite und hatte keinen anderen Gedanken, als sich eine goldene Feder zu holen. Kaum aber hatte sie ihre Schwester angerührt, und so blieb auch sie festhängen. Endlich kam auch die Dritte in gleicher Absicht. Da schrien die anderen, »Bleib weg! Um Himmels Willen, bleib weg!« Aber sie begriff nicht, warum sie wegbleiben sollte, dachte, »Sind die dabei?«, »So kann ich auch dabei sein« und sprang herzu, und wie sie ihre Schwester angerührt hatte, so blieb sie an ihr hängen. So mussten sie die Nacht bei der Gans zubringen. Am anderen Morgen nahm der Dummling die Gans in den Arm, ging fort und bekümmerte sich nicht um die drei Mädchen, die daran hingen. Sie mussten immer hinter ihm dreinlaufen, links und rechts, wie es ihm in die Beine kam. Mitten auf dem Felde begegnete ihnen der Pfarrer, und als er den Aufzug sah, sprach er, »Schämt euch, ihr garstigen Mädchen! Was lauft ihr dem jungen Bursch durchs Feld nach? Schickt sich das?« Damit fasste er die Jüngste an der Hand und wollte sie zurückziehen. Wie er sie aber anrührte, blieb er gleichfalls hängen und musste selber hinterdreinlaufen. Nicht lange so kam der Küster daher und sah den Herrn Pfarrer, der drei Mädchen auf dem Fuße folgte. Da verwunderte er sich und rief, »Ei, Herr Pfarrer! Wohin auch so geschwind? Vergesst nicht, dass wir heute noch eine Kindstaufe haben!« lief auf ihn zu und fasste ihn am Ärmel und blieb auch festhängen. Wie die fünf so hintereinander hertrabten, kamen zwei Bauern mit ihren Hacken vom Feld. Da rief der Pfarrer sie an und bat, sie möchten ihn und den Küster losmachen. Kaum aber hatten sie den Küster angerührt, so blieben sie hängen und waren ihrer nun sieben, die dem Dummling mit der Gans nachliefen. Er kam darauf in eine Stadt. Da herrschte ein König. Der hatte eine Tochter, die war so ernsthaft, dass sie niemand zum Lachen bringen konnte. Darum hatte er ein Gesetz gegeben. Wer sie könnte zum Lachen bringen, der sollte sie heiraten. Der Dummling, als er das hörte, ging mit seiner Gans und ihrem Anhang vor die Königstochter und als diese die sieben Menschen immer hintereinander herlaufen sah, fing sie überlaut an zu lachen und wollte gar nicht wieder aufhören. Da verlangte sie der Dummling zur Braut, aber dem König gefiel der Schwiegersohn nicht. Er machte allerlei Einwendungen und sagte, er müsste ihm erst einen Mann bringen, der einen Keller voll Wein austrinken könnte. Der Dummling dachte an das graue Männchen, das könnte ihm wohl helfen, ging hinaus in den Wald und auf der Stelle, wo er den Baum abgehauen hatte, sah er einen Mann sitzen, der machte ein ganz betrübtes Gesicht. Der Dummling fragte, was er sich so sehr zu Herzen nähme. Da antwortete er, ich habe so großen Durst und kann ihn nicht löschen. Das kalte Wasser vertrage ich nicht. Ein Fass Wein habe ich zwar ausgeleert, aber was ist ein Tropfen auf einem heißen Stein? Da kann ich dir helfen, sagte der Dummling. Komm nur mit mir, du sollst satt haben. Er führte ihn darauf in das Königskeller und der Mann machte sich über die großen Fässer, trank und trank, dass ihm die Hüften wehtaten und ehe ein Tag herum war, hatte er den ganzen Keller ausgetrunken. Der Dummling verlangte abermals seine Braut, und der König aber ärgerte sich, dass ein schlechter Bursch, dem jeder Mann einen Dummling nannte, seine Tochter davontragen sollte und machte neue Bedingungen. Er müsste erst einen Mann schaffen, der einen Berg voll Brot aufessen könnte. Der Dummling besann sich nicht lange, sondern ging gleich hinaus in den Wald. Da saß auf demselben Platz ein Mann, der schnürte sich den Leib mit einem Riemen zusammen, machte ein grämliches Gesicht und sagte, »Ich habe einen ganzen Backofen voll Raspelbrot gegessen, aber was hilft das, wenn man so großen Hunger hat wie ich? Mein Magen bleibt leer, und ich muss mich nur zuschnüren, wenn ich nicht hungers sterben soll.« Der Dummling war froh darüber und sprach, »Mach dich auf und geh mit mir, du sollst dich satt essen.« Er führte ihn an den Hof des Königs, der hatte alles Mehl aus dem ganzen Reiche zusammenfahren und einen ungeheuren Berg davon backen lassen. Der Mann aber aus dem Walde stellte sich davor, fing an zu essen, und in einem Tage war der ganze Berg verschwunden. Der Dummling forderte zum dritten Mal seine Braut, und der König aber suchte noch einmal Ausflucht und verlangte ein Schiff, das zu Land und zu Wasser fahren könnte. »So wie du aber damit angesegelt kommst,« sagte er, »so sollst du gleich meine Tochter zur Gemahlin haben.« Der Dummling ging geradenwegs in den Wald. Da saß das alte graue Männchen, dem er seinen Kuchen gegeben hatte, und sagte, »ich habe für dich getrunken und gegessen. Ich will dir auch das Schiff geben, und das alles tue ich, weil du barmherzig gegen mich gewesen bist.« Da gab er ihm das Schiff, das zu Land und zu Wasser fuhr, und als der König das sah, konnte er ihm seine Tochter nicht länger vorenthalten. Die Hochzeit ward gefeiert. Nach des Königs Tode erbte der Dummling das Reich und lebte lange Zeit vergnügt mit seiner Gemahlin. Allerlei Rau Es war einmal ein König, der hatte eine Frau mit goldenen Haaren, und sie war so schön, dass sich ihresgleichen nicht mehr auf Erden fand. Es geschah, dass sie krank lag, und als fühlte sie bald, dass sie sterben würde, rief sie den König und sprach, »Wenn du nach meinem Tode dich wieder vermählen willst, so nimm keine, die nicht ebenso schön ist, als ich bin, und die nicht solche Haare hat, wie ich habe. Das musst du mir versprechen.« Nachdem es ihr der König versprochen hatte, tat sie die Augen zu und starb. Der König war lange Zeit nicht zu trösten und dachte nicht daran, eine zweite Frau zu nehmen. Endlich sprachen seine Räte, »Es geht nicht anders. Der König muss sich wieder vermählen, damit wir eine Königin haben.« Nun wurden Boten weit und breit herumgeschickt, um eine Braut zu suchen, die an Schönheit der verstorbenen Königin ganz gleich käme. Es war aber keine in der ganzen Welt zu finden, und wenn man sie auch gefunden hätte, so war doch keine da, die solche goldenen Haare gehabt hätte. Also kamen die Boten unverrichteter Sache wieder heim. Nun hatte der König eine Tochter, die war gerade so schön wie ihre verstorbene Mutter, und hatte auch solche goldenen Haare. Als sie herangewachsen war, sah sie der König einmal an und sah, dass sie in allem seiner verstorbenen Gemahlin ähnlich war und fühlte plötzlich eine heftige Liebe zu ihr. Da sprach er zu seinen Räten, »Ich will meine Tochter heiraten, denn sie ist das Ebenbild meiner verstorbenen Frau, und sonst kann ich doch keine Braut finden, die ihr gleicht.« Als die Räte das hörten, erschraken sie und sprachen, »Gott hat verboten, dass der Vater seine Tochter heirate. Aus der Sünde kann nichts Gutes entspringen, und das Reich wird mit ins Verderben gezogen.« Die Tochter erschrak noch mehr, als sie den Entschluss ihres Vaters vernahm, hoffte aber, ihn von seinem Vorhaben noch abzubringen. Da sagte sie zu ihm, »Ehe ich euren Wunsch erfülle, muss ich erst drei Kleider haben, eins so golden wie die Sonne, eins so silbern wie der Mond, und eins so glänzend wie die Sterne. Ferner verlange ich einen Mantel von tausenderlei Pelz und Rauchwerk zusammengesetzt, und ein jedes Tier in eurem Reich muss ein Stück von seiner Haut dazugeben.« Sie dachte aber, »Das anzuschaffen, ist ganz unmöglich, und ich bringe damit meinen Vater von seinen bösen Gedanken ab.« Der König aber ließ nicht ab, und die geschicktesten Jungfrauen in seinem Reiche mussten die drei Kleider weben, eins so golden wie die Sonne, eins so silbern wie der Mond, und eins so glänzend wie die Sterne. Und seine Jäger mussten alle Tiere im ganzen Reiche fangen und ihnen ein Stück von ihrer Haut abziehen, daraus ward ein Mantel aus tausenderlei Rauchwerk gemacht. Endlich, als alles fertig war, ließ der König den Mantel herbeiholen, breitete ihn vor ihr aus und sprach, »Morgen soll die Hochzeit sein.« Als nun die Königstochter sah, dass keine Hoffnung mehr war, ihres Vaters Herz umzuwandeln, so fasste sie den Entschluss zu entfliehen. In der Nacht, während alles schlief, stand sie auf und nahm von ihren Kostbarkeiten dreierlei. Einen goldenen Ring, ein goldenes Spinnenrädchen und ein goldenes Haspelchen. Die drei Kleider von Sonne, Mond und Sterne tat sie in eine Nussschale, zog den Mantel von allerlei Rauchwerk an und machte sich Gesicht und Hände mit Rußschwarz. Dann befahl sie sich Gott und ging fort und ging die ganze Nacht, bis sie in einen großen Wald kam. Und weil sie müde war, setzte sie sich in einen hohlen Baum und schlief ein. Die Sonne ging auf und sie schlief fort und schlief noch immer, als es schon hoher Tag war. Da trug es sich zu, dass der König, dem dieser Wald gehörte, darin jagte. Als seine Hunde zu dem Baum kamen, schnupperten sie, liefen ringsherum und bellten. Sprach der König zu den Jägern, seht nach, was dort für ein Wild sich versteckt hat. Die Jäger folgten dem Befehl und als sie wiederkamen, sprachen sie, in dem hohlen Baum liegt ein wunderliches Tier, wie wir noch niemals eins gesehen haben. An seiner Haut ist tausenderlei Pelz, es liegt aber und schläft. Sprach der König, seht zu, ob ihr's lebendig fangen könnt, dann bindet's auf den Wagen und nehmt's mit. Als die Jäger das Mädchen anfassten, erwachte es voll Schrecken und rief ihnen zu, ich bin ein armes Kind, von Vater und Mutter verlassen, erbarmt euch meiner und nehmt mich mit. Da sprachen sie, allerlei rau, du bist gut für die Küche, komm nur mit, da kannst du die Asche zusammenkehren. Also setzten sie es auf den Wagen und fuhren heim in das königliche Schloss. Dort wiesen sie ihm ein Ställchen an, unter der Treppe, wo kein Tageslicht hinkam und sagten, Rautierchen, da kannst du wohnen und schlafen. Dann ward es in die Küche geschickt, da trug es Holz und Wasser, schürte das Feuer, rupfte das Federvieh, belas das Gemüse, kehrte die Asche und tat alle schlechte Arbeit. Da lebte allerlei rau, lange Zeit recht armselig. Ach, du schöne Königstochter, wie soll's mit dir noch werden? Es geschah aber einmal, dass ein Fest im Schloss gefeiert ward, da sprach sie zum Koch, darf ich ein wenig hinaufgehen und zusehen, ich will mich außen vor die Türe stellen. Antwortete der Koch, ja, geh nur hin, aber in einer halben Stunde musst du wieder hier sein und die Asche zusammentragen. Dann nahm sie ihr Öllämpchen, ging in ihr Ställchen, zog den Pelzrock aus und wusch sich den Ruß von dem Gesicht und den Händen ab, sodass sie ihre volle Schönheit wieder an den Tag legte. Dann machte sie die Nuss auf und holte ihr Kleid hervor, das wie die Sonne glänzte. Und wie das geschehen war, ging sie hinauf zum Fest und alle traten ihr aus dem Weg, denn niemand kannte sie und meinten nicht anders, als dass eine Königstochter hereingekommen wäre. Der König aber kam ihr entgegen, reichte ihr die Hand und tanzte mit ihr und dachte in seinem Herzen, so schön haben meine Augen noch keine gesehen. Als der Tanz zu Ende war, verneigte sie sich und wie sich der König umsah, war sie verschwunden und niemand wusste, wohin. Die Wächter, die vor dem Schlosse standen, wurden gerufen und ausgefragt, aber niemand hatte sie erblickt. Sie war aber in ihr Ställchen gelaufen, hatte geschwind ihr Kleid ausgezogen, Gesicht und Hände schwarz gemacht und den Pelzmantel umgetan und war wieder allerlei rau. Als sie nun in die Küche kam und an ihre Arbeit gehen und die Asche zusammenkehren wollte, sprach der Koch, lass das gut sein bis morgen und koche mir da die Suppe für den König. Ich will auch einmal ein bisschen oben zugucken, aber lass mir kein Haar hineinfallen, sonst kriegst du in Zukunft nichts mehr zu essen. Da ging der Koch fort und allerlei rau kochte die Suppe für den König und kochte eine Brotsuppe so gut es konnte. Und wie sie fertig war, holte es in dem Ställchen seinen goldenen Ring und legte ihn in die Schüssel, in welche die Suppe angerichtet ward. Als der Tanz zu Ende war, ließ sich der König die Suppe bringen und aß sie, und sie schmeckte ihm so gut, dass er meinte, niemals eine bessere Suppe gegessen zu haben. Wie er aber auf den Grund kam, sah er da einen goldenen Ring liegen und konnte nicht begreifen, wie er dahin geraten war. Da befahl er, der Koch sollte vor ihn kommen. Der Koch erschrak, wie er den Befehl hörte und sprach zum allerlei Rau, gewiss hast du ein Haar in die Suppe fallen lassen, wenn's wahr ist, dann kriegst du Schläge. Als er vor den König kam, fragte dieser, wer die Suppe gekocht hätte. Antwortete der Koch, ich habe sie gekocht. Der König sprach, das ist nicht wahr, denn sie war auf andere Art und viel besser gekocht als sonst. Antwortete der Koch, ich muss gestehen, dass ich sie nicht gekocht habe, sondern das Rautierchen. Sprach der König, geh und lass es heraufkommen. Als allerlei Rau kam, fragte der König, wer bist du? Ich bin ein armes Kind, das keinen Vater und Mutter mehr hat. Fragte er weiter, wozu bist du in meinem Schloss? antwortete es, ich bin zu nichts gut, als dass mir die Stiefel um den Kopf geworfen werden. Fragte er weiter, wo hast du den Ring her, der in der Suppe war? antwortete es, von dem Ring weiß ich nichts. Also konnte der König nichts erfahren und musste es wieder fortschicken. Über eine Zeit war wieder ein Fest, da bat allerlei Rau den Koch wie voriges Mal, um Erlaubnis zu sehen zu dürfen. antwortete er, ja, aber, komm in einer halben Stunde wieder und koch dem König die Brotsuppe, die er so gerne isst. Da lief es in sein Ställchen, busch sich geschwind und nahm aus der Nuss das Kleid, das so silbern war wie der Mond, und tat es an. Da ging sie hinauf und glich einer Königstochter, und der König trat ihr entgegen und freute sich, dass er sie wieder sah, und weil eben der Tanz anhub, so tanzten sie zusammen. Als aber der Tanz zu Ende war, verschwand sie wieder so schnell, dass der König nicht bemerken konnte, wo sie hinging. Sie sprang aber in ihr Ställchen und machte sich wieder zum Rautierchen und ging in die Küche, die Brotsuppe zu kochen. Als der Koch oben war, holte es das goldene Spinnrad und tat es in die Schüssel, sodass die Suppe darüber angerichtet wurde. Danach ward sie dem König gebracht, der aß sie und sie schmeckte ihm wieder so gut wie das vorige Mal, und er ließ den Koch kommen, und der musste auch dieses Mal gestehen, dass allerlei Rau die Suppe gekocht hätte. Allerlei Rau kam da wieder vor den König, aber sie antwortete, dass sie nur dazu da wäre, dass ihr die Stiefel an den Kopf geworfen würden und dass sie von dem goldenen Spinnenrädchen gar nichts wüsste. Als der König zum dritten Mal ein Fest anstellte, da ging es nicht anders als die vorigen Male. Der Koch sprach zwar, du bist eine Hexe, Rautierchen, du tust immer etwas in die Suppe, davon sie so gut wird und dem König besser schmeckt als alles, was ich koche. Doch weil sie so bat, so ließ er es auf die bestimmte Zeit hingehen. Nun zog es ein Kleid an, das wie die Sterne glänzte, und trat damit in den Saal. Der König tanzte wieder mit der schönen Jungfrau und meinte, dass sie noch niemals so schön gewesen wäre. Und während er tanzte, steckte er ihr, ohne dass sie es merkte, einen goldenen Ring an den Finger und hatte befohlen, dass der Tanz recht lang wären sollte. Wie er zu Ende war, wollte er sie an den Händen festhalten, aber sie riss sich los und sprang so geschwind unter die Leute, dass sie vor seinen Augen verschwand. Sie lief, was sie konnte, in ihr Ställchen unter der Treppe, weil sie aber zu lange und über eine halbe Stunde geblieben war, so konnte sie das schöne Kleid nicht ausziehen, sondern warf nur den Mantel von Pelz darüber und in der Eile machte sie sich auch nicht ganz rußig, sondern ein Finger blieb weiß. Allerlei Rau lief nun in die Küche, kochte dem König die Brotsuppe und legte, wie der Koch fort war, den goldenen Haspel hinein. Der König, als er den Haspel auf dem Grunde fand, ließ Allerlei Rau rufen. Da erblickte er den weißen Finger und sah den Ring, den er im Tanze ihr angesteckt hatte. Da ergriff er sie an der Hand und hielt sie fest und als sie sich losmachen und fortspringen wollte, tat sich der Pelzmantel ein wenig auf und das Sternenkleid schimmerte hervor. Der König fasste den Mantel und riss ihn ab. Da kamen die goldenen Haare hervor und sie stand da in voller Pracht und konnte sich nicht länger verbergen. Und als sie Ruß und Asche aus ihrem Gesicht gewischt hatte, da war sie schöner, als man noch jemand auf Erden gesehen hat. Der König aber sprach, Du bist meine liebe Braut und wir scheiden nimmermehr voneinander. Darauf ward die Hochzeit gefeiert und sie lebten vergnügt bis zu ihrem Tod. Häsichenbraut Es war einmal eine Frau mit ihrer Tochter, die lebten in einem schönen Garten mit Kohl. Dahin kam ein Häschen und fraß zur Winterszeit allen Kohl weg. Da sagte die Frau zur Tochter, Geh in den Garten und jag das Häschen. Sagt das Mädchen zum Häschen, Schuh, Schuh, du Häschen, frisst noch allen Kohl. Sagt das Häschen, Komm, Mädchen, und setz dich auf mein Hasenschwänzchen und komm mit in mein Hasenhütchen. Mädchen will nicht. Am anderen Tag kommt's Häschen wieder und frisst den Kohl. Da sagt die Frau zur Tochter, Geh in den Garten und jag das Häschen. Sagt das Mädchen zum Häschen, Schuh, Schuh, du Häschen, frisst noch allen Kohl. Sagt das Häschen, Komm, Mädchen, setz dich auf mein Hasenschwänzchen und komm mit mir in mein Hasenhütchen. Mädchen will nicht. Am dritten Tag kommt's Häschen wieder und frisst den Kohl. Da sagt die Frau zur Tochter, Geh in den Garten und jag das Häschen. Sagt das Mädchen, Schuh, Schuh, du Häschen, frisst noch allen Kohl. Sagt das Häschen, Komm, Mädchen, setz dich auf mein Hasenschwänzchen und komm mit mir in mein Hasenhütchen. Mädchen setzt sich auf das Hasenschwänzchen. Da bracht es das Häschen weit hinaus in sein Hütchen und sagt, Nun, Koch, Grünkohl und Hirse, ich will die Hochzeitsleute bitten. Da kamen alle Hochzeitsleute zusammen. Wer waren denn die Hochzeitsleute? Das kann ich dir sagen, wie es mir ein anderer erzählt hat. Das waren alles Hasen und die Krähe war als Pfarrer dabei, die Brautleute zu trauen und der Fuchs als Küster und der Altar war unterm Regenbogen. Mädchen aber war traurig, da sie so alleine war. Kommt's Häschen und sagt, Mach auf, mach auf, die Hochzeitsleute sind lustig. Die Braut sagt nichts und weint. Häschen geht fort. Häschen kommt wieder und sagt, Mach auf, mach auf, die Hochzeitsleute sind hungrig. Die Braut sagt wieder nichts und weint. Häschen geht fort. Häschen kommt wieder und sagt, Mach auf, mach auf, die Hochzeitsleute warten. Da sagt die Braut nichts und Häschen geht fort. Aber sie macht eine Puppe aus Stroh mit ihren Kleidern und gibt ihr einen Rührlöffel und setzt sie an den Kessel mit Hirse und geht heim zur Mutter. Häschen kommt noch einmal und sagt, Mach auf, mach auf und macht auf und wirft der Puppe etwas an den Kopf, dass ihr die Haube abfällt. Da sieht Häschen, dass es seine Braut nicht ist und geht fort und ist traurig. Die Zwölf Jäger Es war einmal ein Königssohn, der hatte eine Braut und hatte sie sehr lieb. Als er nun bei ihr saß und ganz vergnügt war, da kam die Nachricht, dass sein Vater Tod krank läge und ihn noch vor seinem Ende zu sehen verlangte. Da sprach er zu seiner Liebsten, Ich muss nun fort und muss dich verlassen. Da gebe ich dir einen Ring zu meinem Andenken. Wann ich König bin, komm ich wieder und hol dich heim. Da ritt er fort und als er bei seinem Vater anlangte, war dieser sterbenskrank und dem Tode nah. Er sprach zu ihm, Liebster Sohn, ich habe dich vor meinem Ende noch einmal sehen wollen. Versprich mir, nach meinem Willen, dich zu verheiraten und nannte ihm eine gewisse Königstochter, die sollte seine Gemahlin werden. Der Sohn war so betrübt, dass er sich gar nicht bedachte, sondern sprach, Ja, lieber Vater, was euer Wille ist, soll geschehen. Und darauf schloss der König die Augen und starb. Als nun der Sohn zum König ausgerufen und die Trauerzeit verflossen war, musste er das Versprechen halten, das er seinem Vater gegeben hatte und ließ um die Königstochter werben und sie ward ihm auch zugesagt. Das hörte seine erste Braut und grämte sich über die Untreue so sehr, dass sie fast verging. Da sprach ihr Vater zu ihr, Liebstes Kind, warum bist du so traurig? Was du dir wünschest, das sollst du haben. Sie bedachte sich einen Augenblick, dann sprach sie, Lieber Vater, ich wünsche mir elf Mädchen, von Angesicht, Gestalt und Wuchs mir völlig gleich. Sprach der König, wenn's möglich ist, soll dein Wunsch erfüllt werden und ließ in seinem ganzen Reich so lange suchen, bis elf Jungfrauen gefunden waren, seiner Tochter von Angesicht, Gestalt und Wuchs völlig gleich. Als sie zu der Königstochter kamen, ließ diese zwölf Jägerkleider machen, eins wie das andere, und die elf Jungfrauen mussten die Jägerkleider anziehen, und sie selber zog das Zwölfte an. Darauf nahm sie Abschied von ihrem Vater und ritt mit ihnen fort und ritt an den Hof ihres ehemaligen Bräutigams, den sie so sehr liebte. Da fragte sie an, ob er Jäger brauchte und ob er sie nicht alle zusammen in seinen Dienst nehmen wollte. Der König sah sie an und erkannte sie nicht, weil es aber so schöne Leute waren, sprach er, ja, er wolle sie gerne nehmen, und da waren sie die zwölf Jäger des Königs. Der König aber hatte einen Löwen, das war ein wunderliches Tier, denn er wusste alles Verborgene und Heimliche. Es trug sich zu, dass er eines Abends zum König sprach, »Du meinst, du hättest da zwölf Jäger?« »Ja«, sagte der König, »zwölf Jäger sind's.« sprach der Löwe weiter, »Du irrst dich, das sind zwölf Mädchen.« antwortete der König, »Das ist nimmermehr wahr. Wie willst du mir das beweisen?« »Oh, lass nur Erbsen in dein Vorzimmer streuen,« antwortete der Löwe, »da wirst du's gleich sehen.« »Männer haben einen festen Tritt, wenn die über Erbsen hingehen, regt sich keine, aber Mädchen, die trippeln und trappeln und schlurfeln und die Erbsen rollen.« Dem König gefiel der Rat wohl und er ließ die Erbsen streuen. Es war aber ein Diener des Königs, der war den Jägern gut, und wie er hörte, dass sie sollten auf die Probe gestellt werden, ging er hin und erzählte ihnen alles wieder und sprach, »Der Löwe will dem König weismachen, ihr werdet Mädchen.« Da dankte ihm die Königstochter und sprach hernach zu ihren Jungfrauen, »Tut euch Gewalt an und tretet fest auf die Erbsen.« Als nun der König am anderen Morgen die zwölf Jäger zu sich rufen ließ und sie ins Vorzimmer kamen, wo die Erbsen lagen, so traten sie so fest darauf und hatten einen so sicheren, starken Gang, dass auch nicht eine rollte oder sich bewegte. Da gingen sie wieder fort und der König sprach zum Löwen, »Du hast mich belogen, sie gehen ja wie Männer.« Antwortete der Löwe, »Sie haben's gewusst, dass sie sollten auf die Probe gestellt werden und haben sich Gewalt angetan.« »Lass nur einmal zwölf Spinnräder ins Vorzimmer bringen, so werden sie herzukommen und werden sich daran freuen, und das tut kein Mann.« Dem König gefiel der Rat und er ließ die Spinnräder ins Vorzimmer stellen. Der Diener aber, der's redlich mit den Jägern meinte, ging hin und entdeckte ihnen den Anschlag. Da sprach die Königstochter, als sie allein waren, zu ihren Elfmädchen, »Tut euch Gewalt an und blickt euch nicht um nach den Spinnrädern.« Wie nun der König am anderen Morgen seine zwölf Jäger rufen ließ, so kamen sie durch das Vorzimmer und sahen die Spinnräder gar nicht an. Da sprach der König wiederum zum Löwen, »Du hast mich belogen, es sind Männer, denn sie haben die Spinnräder nicht angesehen.« Der Löwe antwortete, »Sie haben's gewusst, dass sie sollten auf die Probe gestellt werden und haben sich Gewalt angetan.« Der König aber wollte dem Löwen nicht mehr glauben. Die zwölf Jäger folgten dem König beständig zur Jagd, und er hatte sie je länger je lieber. Nun geschah es, dass, als sie einmal auf der Jagd waren, Nachricht kam, die Braut des Königs wäre im Anzug. Wie die rechte Braut das hörte, tat's ihr so weh, dass es ihr fast das Herz abstieß und sie ohnmächtig auf die Erde fiel. Der König meinte, seinem lieben Jäger sei etwas begegnet, lief hinzu und wollte ihm helfen und zog ihm den Handschuh aus. Und da erblickte er den Ring, den er seiner ersten Braut gegeben, und als er in das Gesicht sah, erkannte er sie. Da ward sein Herz so gerührt, dass er sie küßte, und als sie die Augen aufschlug, sprach er, Du bist mein, und ich bin dein, und kein Mensch auf der Welt kann das ändern. Zu der anderen Braut aber schickte er einen Boten und ließ sie bitten, in ihr Reich zurückzukehren, denn er habe schon eine Gemahlin, und wer einen alten Schlüssel wiedergefunden habe, der brauche den Neuen nicht. Darauf ward die Hochzeit gefeiert, und der Löwe kam wieder in Gnade, weil er doch die Wahrheit gesagt hatte. Der Gaudieb und sein Meister Jan wollte seinen Sohn ein Handwerk lehren lassen. Da ging Jan in die Kirche und betete zu unserem Herrgott, was ihm wohl zuträglich wäre. Da steht der Küster hinter dem Altar und sagt, Das Gaudieben, Jan, das Gaudieben. Da geht Jan wieder zu seinem Sohn, er müsste das Gaudieben lernen, das hätte ihm unser Herrgott gesagt. geht er mit seinem Sohn und sucht sich einen Mann, der das Gaudieben kann. Da gehen sie dann eine ganze Zeit und kommen in einen großen Wald. Da steht so ein kleines Häuschen mit so einer alten Frau darin. Sagt Jan zu ihr, wisst ihr nicht einen Mann, der das Gaudieben kann? Das könnt ihr hier wohl lernen, sagt die Frau. Mein Sohn ist ein Meister darin. Da spricht er mit dem Sohn, ob er auch richtig Gaudieben könne. Der Gaudiebsmeister sagt, Ich will's euren Sohn schon richtig lehren. Kommt nur übers Jahr wieder, wenn ihr dann euren Sohn noch kennt, dann will ich gar kein Lehrgeld haben. Und kennt ihr ihn nicht, dann müsst ihr mir 200 Thaler geben. Der Vater geht wieder nach Hause und der Sohn lernt gut Hexen und Gaudieben. Als das Jahr um ist, geht der Vater und denkt traurig drüber nach, wie er das anfangen will, dass er seinen Sohn erkennt. Wie er nun so geht und vor sich hin sind, da kommt ihm ein kleines Männchen entgegen, das sagt, Mann, was ist euch? Ihr seid ja so betrübt. Oh, sagt Jan, ich hab meinen Sohn vor einem Jahr bei einem Gaudiebsmeister vermietet. Der sagte mir, ich solle übers Jahr wiederkommen und wenn ich dann meinen Sohn nicht kenne, dann sollte ich ihm 200 Thaler geben. Wenn ich ihn aber erkennen würde, dann hätte ich ihm nichts zu geben. Nun bin ich aber so bange, dass ich ihn nicht erkenne und ich weiß nicht, wo ich das Geld herkriegen soll. Da sagt das Männchen, er solle ein Krüstchen Brot mitnehmen und sich damit unter den Kamin stellen. Da auf der Stange steht ein Körbchen, da guckt ein Vögelchen heraus, das ist euer Sohn. Da geht Jan hin und wirft ein Krüstchen Schwarzbrot vor den Korb, da kommt das Vögelchen heraus und blickt darauf. Holla, mein Sohn, bist du hier? sagt der Vater. Da freute sich der Sohn, dass er seinen Vater sah, aber der Lehrmeister sagte, das hat dir der Teufel eingegeben, wie könnt ihr sonst euren Sohn erkennen? Vater, lass uns gehen, sagte der Junge. Da will der Vater mit seinem Sohn nach Hause gehen, unterwegs kommt da eine Kutsche angefahren. Da sagt der Sohn zu seinem Vater, ich will mich in einen großen Windhund verwandeln, dann könnt ihr viel Geld mit mir verdienen. Da ruft der Herr aus der Kutsche. Mann, wollt ihr den Hund verkaufen? Ja, sagte der Vater. Wie viel Geld wollt ihr denn dafür haben? 30 Taler. Ja, Mann, das ist viel, aber meinetwegen, da er so ein gewaltig schöner Rüde ist, so will ich ihn behalten. Der Herr nimmt ihn in seine Kutsche, aber kaum ist er ein Stück gefahren, da springt der Hund durch das Glas aus dem Wagen, und da war er kein Windhund mehr und war wieder bei seinem Vater. Da gehen sie nun zusammen nach Hause. Am anderen Tag ist Markt im nächsten Dorf, da sagt der Junge zu seinem Vater, Ich will mich nun in ein schönes Pferd verwandeln, dann verkauft mich, aber wenn ihr mich verkauft habt, dann müsst ihr mir den Zaum abnehmen, sonst kann ich kein Mensch wieder werden. Da zieht der Vater nun mit dem Pferd zum Markt, da kommt der Gaudiebsmeister und kauft das Pferd für hundert Taler, und der Vater vergisst's und nimmt ihm den Zaum nicht ab. Da nimmt nun der Mann das Pferd mit nach Hause und stellt es in den Stall. Als die Magd über die Diele geht, da sagt das Pferd, nimm mir den Zaum, nimm mir den Zaum ab. Da bleibt die Magd stehen und lauscht. Ja, kannst du reden? geht hin und nimmt den Zaum ab. Da wird das Pferd ein Sperling und fliegt über Sperling und fliegt ihm nach. Da kommen sie miteinander zusammen und beißen sich, aber der Meister verspielt und macht sich ins Wasser und ist ein Fisch. Da wird der Junge auch ein Fisch und sie beißen sich wieder, dass der Meister verspielen muss. Da verwandelt sich der Meister in ein Huhn und der Junge wird ein Fuchs und beißt dem Meister den Kopf ab. Da ist er gestorben und liegt tot bis auf den heutigen Tag. Jorinde und Joringel Es war einmal ein altes Schloss mitten in einem großen dicken Wald. Darinnen wohnte eine alte Frau ganz allein. Das war eine Erzzauberin. Am Tage machte sie sich zur Katze oder zur Nachteule. Des Abends aber wurde sie wieder ordentlich wie ein Mensch gestaltet. Sie konnte das Wild und die Vögel herbeilocken und dann schlachtete sie, kochte und briht es. Wenn jemand auf hundert Schritte dem Schloss nahe kam, so musste er stille stehen und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, bis sie ihn lossprach. Wenn aber eine keusche Jungfrau in diesen Kreis kam, so verwandelte sie dieselbe in einen Vogel und sperrte sie dann in einen Korb ein und trug den Korb in eine Kammer des Schlosses. Sie hatte wohl siebentausend solcher Körbe mit so raren Vögeln im Schlosse. Nun war einmal eine Jungfrau die hieß Jorinde sie war schöner als alle anderen Mädchen die und dann ein gar schöner Jüngling namens Joringel hatten sich zusammen versprochen sie waren in den Brauttagen und sie hatten ihr größtes Vergnügen miteinander damit sie nun einmal vertraut zusammen reden könnten gingen sie in den Wald spazieren Hüte dich sagte Joringel dass du nicht so nah ans Schloss kommst Es war ein schöner Abend die Sonne schien zwischen den Stämmen der Bäume hell ins dunkle Grün des Waldes und die Turteltaube sang kläglich auf den alten Maibuchen Jorinde weinte zuweilen setzte sich hin im Sonnenschein und klagte Joringel klagte auch sie waren so bestürzt als wenn sie sterben sollen sie sahen sich um waren irre und wussten nicht wohin sie nach Hause gehen sollten Noch halb stand die Sonne über dem Berg und halb war sie unter Joringel sah durchs Gebüsch und sah die alte Mauer des Schlosses nah bei sich Er erschrak und wurde tot bang Jorinde sang Ein Vöglein mit dem Ringlein rot singt Leide 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 es singt dem Täubelein sein Tod singt Leide Leide Joringel sah nach Jorinde Jorinde war in eine Nachtigall verwandelt die sang Eine Nachteule mit glühenden Augen flog dreimal um sie herum und schrie dreimal Schuhuhuhu 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 Joringel konnte sich nicht regen Er stand da wie ein Stein konnte nicht weinen nicht reden nicht Hand noch Fuß regen Nun war die Sonne unter die Eule flog in einen Strauch und gleich darauf kam eine alte krumme Frau aus diesem hervor gelb und mager große rote Augen krumme Nase die mit der Spitze ans Kinn reichte Sie murmelte fing die Nachtigall und trug sie auf der Hand fort Joringel konnte nichts sagen nicht von der Stelle kommen die Nachtigall war fort Endlich kam das Weib wieder und sagte mit dumpfer Stimme Grüß dich Zachiel wenn Smöndl ins Körbel scheint Windlose Zachiel zu guter Stund Da wurde Joringel los Er fiel vor dem Weib auf die Knie und bat sie möchte ihm seine Jorinde wiedergeben aber sie sagte er sollte sie nie wieder haben und ging fort Er rief er weinte er jammerte aber alles umsonst Was soll mir geschehen Joringel ging fort und kam endlich in ein fremdes Dorf da hütete er die Schafe für eine lange Zeit oft ging er rund um das Schloss herum aber nicht zu nahe dabei endlich träumte er einmal des nachts er fände eine blutrote Blume in deren Mitte eine schöne große Perle war die Blume brach er ab ging damit zum Schloss alles was er mit dieser Blume berührte ward von der Zauberei frei auch träumte er er hätte seine Jorinde dadurch wiederbekommen des morgens als er erwachte fing er an durch Berg und Tal zu suchen ob er eine solche Blume fände er suchte bis an den neunten Tag da fand er die blutrote Blume am Morgen früh in in der Mitte war ein Tautropfen so groß wie die schönste Perle diese Blume trug er Tag und Nacht bis zum Schloss wie er auf hundert Schritt nah bis zum Schloss kam da ward er nicht fest sondern ging fort bis ans Tor Joringel freute sich hoch berührte die Pforte mit der Blume und sie sprang auf er ging hinein durch den Hof horchte wo er die vielen Vögel vernähme endlich hörte er's er ging und fand den Saal darin war die Zauberin und fütterte die Vögel in den siebentausend Körben wie sie den Joringel sah ward sie bös sehr bös schallt spieg Gift und Galle gegen ihn aus aber sie konnte auf zwei Schritte nicht an ihn kommen er kümmerte sich nicht um sie und ging besah die Körbe mit den Vögeln da waren aber viele hundert Nachtigallen wie sollte er nun seine Jorinde wieder finden indem er so zusah merkte er dass die Alte heimlich ein Körbchen mit einem Vögelchen wegnahm und damit nach der Türe ging Flux sprang er hinzu berührte das Körbchen mit der Blume und auch das alte Weib nun konnte sie nichts mehr zaubern und Jorinde stand da hatte ihn um den Hals gefasst so schön wie sie ehemals war da machte er auch alle anderen Vögel wieder zu Jungfrauen und dann ging er mit seiner Jorinde nach Hause und sie lebten lange vergnügt zusammen Die drei Glückskinder Ein Mann ließ einmal seine drei Söhne vor sich kommen und schenkte dem ersten einen Hahn dem zweiten eine Sense dem dritten eine Katze Ich bin schon alt sagte er und mein Tod ist nah da wollte ich euch vor meinem Ende noch versorgen Geld hab ich nicht und was ich euch jetzt gebe scheint wenig wert es kommt aber bloß darauf an dass ihr es verständig anwendet sucht euch nur ein Land wo dergleichen Dinge noch unbekannt sind so ist euer Glück gemacht Nach dem Tode des Vaters ging der Älteste mit seinem Hahn aus wo er aber hinkam war der Hahn schon bekannt in den Städten sah er ihn schon von weitem auf den Türmen sitzen und sich mit dem Wind drehen in den Dörfern hörte er mehr als einen Krähen und niemand wollte sich über das Tier wundern so dass es nicht das Ansehen hatte als würde er sein Glück damit machen Kopf und trägt Sporen wie ein Ritter. Es ruft euch des Nachts dreimal zu bestimmter Zeit an, und wenn's das letzte Mal ruft, so geht die Sonne bald auf. Wenn's aber bei hellem Tage ruft, so richtet euch darauf ein, dann gibt's gewiss anderes Wetter. Den Leuten gefiel das wohl, sie schliefen eine ganze Nacht nicht und hörten mit großer Freude, wie der Hahn um zwei, vier und sechs Uhr laut und vernehmlich die Zeit abrief. Sie fragten ihn, ob das Tier nicht feil wäre und wie viel er dafür verlangte. Nun etwa so viel, als ein Esel Gold trägt, antwortete er. Ein Spottgeld für ein so kostbares Tier, riefen sie insgesamt und gaben ihm gern, was er gefordert hatte. Als er mit dem Reichtum heimkam, verwunderten sich seine Brüder, und der zweite sprach, so will ich mich doch aufmachen und sehen, ob ich meine Sense auch so gut losschlagen kann. Es hatte aber nicht das Ansehen danach, denn überall begegneten ihm Bauern und hatten so gut eine Sense auf der Schulter als er. Doch zuletzt glückte es ihm auch auf einer Insel, wo die Leute nichts von einer Sense wussten. Wenn dort das Korn reif war, so fuhren sie Kanonen vor den Feldern auf und schossen es herunter. Das war nun ein ungewisses Ding. Mancher schoss darüber hinaus, ein anderer traf statt des Halmes die Ähren und schoss sie fort, dabei ging viel zugrunde, und obendrein gab's einen lästerlichen Lärm. Da stellte sich der Mann hin und mähte es so still und so geschwind nieder, dass die Leute Maul und Nase vor Verwunderung aufsperrten. Sie waren willig, ihm dafür zu geben, was er verlangte, und er bekam ein Pferd, dem war Gold aufgeladen, so viel es tragen konnte. Nun wollte der dritte Bruder seine Katze auch an den rechten Mann bringen. Es ging ihm wie den anderen, solange er auf dem festen Lande blieb, war nichts auszurichten. Es gab alle Ortenkatzen und waren ihrer so viel, dass die neugeborenen Jungen meist im Wasser ersäuft wurden. Endlich ließ er sich auf eine Insel überschiffen, und es traf sich glücklicherweise, dass dort noch niemals eine gesehen war, und doch die Mäuse so überhand genommen hatten, dass sie auf den Tischen und Bänken tanzten, der Hausherr mochte daheim sein oder nicht. Die Leute jammerten gewaltig über die Plage. Der König selbst wusste sich in seinem Schlosse nicht dagegen zu retten. In allen Ecken pfiffen Mäuse und zernagten, was sie mit ihren Zähnen nur packen konnten. Da fing nun die Katze ihre Jagd an und hatte bald ein paar Säle gereinigt, und die Leute baten den König, das Wundertier für das Reich zu kaufen. Der König gab gern, was gefordert wurde. Das war ein mit Gold beladener Maulesel, und der dritte Bruder kam mit den allergrößten Schätzen heim. Die Katze machte sich in dem königlichen Schlosse mit den Mäusen eine rechte Lust und biß so viele tot, dass sie nicht mehr zu zählen waren. Endlich ward ihr von der Arbeit heiß, und sie bekam Durst. Da blieb sie stehen, drehte den Kopf in die Höhe und schrie, Miau, Miau! Der König samt allen seinen Leuten, als sie das seltsame Geschrei vernahmen, erschraken und liefen in ihrer Angst sämtlich zum Schloss hinaus. Unten hielt der König Rat, was zu tun das Beste wäre. Zuletzt ward beschlossen, einen Herold an die Katze abzuschicken und sie aufzufordern, das Schloss zu verlassen, oder zu gewärtigen, dass Gewalt gegen sie gebraucht würde. Die Räte sagten, Lieber wollen wir uns von den Mäusen plagen lassen. An das Übel sind wir gewöhnt, als unser Leben mit einem solchen und hier leben zu müssen. Ein Edelknabe musste hinaufgehen und die Katze fragen, ob sie das Schloss gutwillig räumen wollte. Die Katze aber, deren Durst nur noch größer geworden war, antwortete bloß, Miau, Miau! Der Edelknabe verstand, durchaus, durchaus nicht, und überbrachte dem König die Antwort. Nun, sprachen die Räte, dann soll sie der Gewalt weichen. Es wurden Kanonen aufgeführt und das Haus in Brand geschossen. Als das Feuer in den Saal kam, wo die Katze saß, sprang sie glücklich zum Fenster hinaus. Die Belagerer aber hörten nicht eher auf, als bis sie das ganze Schloss in Grund und Boden geschossen hatten. Sechse kommen durch die ganze Welt Es war einmal ein Mann, der verstand allerlei Künste. Er diente im Kriege und hielt sich tapfer, aber als der Krieg zu Ende war, bekam er den Abschied und drei heller Zehrgeld auf den Weg. Wart, sprach er, das lass ich mir nicht gefallen. Finde ich die rechten Leute, so soll mir der König noch die Schätze des ganzen Landes herausgeben. Da ging er voll Zorn in den Wald und sah einen darin stehen, der hatte sechs Bäume ausgerupft als wären's Kornhalme. Sprach er zu ihm, willst du mein Diener sein und mit mir ziehen?« »Ja«, antwortete der, »aber erst will ich meiner Mutter das Wellchen Holz heimbringen« und nahm einen von den Bäumen und wickelte ihn um die fünf anderen, hob die Welle auf die Schulter und trug sie fort. Dann kam er wieder und ging mit seinem Herrn, der sprach, »Wir zwei sollten wohl durch die ganze Welt kommen.« Und als sie ein Weilchen gegangen waren, fanden sie einen Jäger. Der lag auf den Knien, hatte die Büchse angelegt und zielte. Sprach der Herr zu ihm, »Jäger, was willst du schießen?« Er antwortete, »Zwei Meilen von hier sitzt eine Fliege auf dem Ast eines Eichbaums. Der will ich das linke Auge herausschießen.« »Oh, geh mit mir«, sprach der Mann, »wenn wir drei zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen.« Der Jäger war bereit und ging mit ihm, und sie kamen zu sieben Windmühlen, deren Flügel trieben ganz hastig herum, und ging doch links und rechts kein Wind und bewegte sich kein Blättchen. Da sprach der Mann, »Ich weiß nicht, was die Windmühlen treibt. Es regt sich ja kein Lüftchen« und ging mit seinen Dienern weiter. Und als sie zwei Meilen fortgegangen waren, sahen sie einen auf einem Baum sitzen. Der hielt das eine Nasenloch zu und blies aus dem anderen. »Mein, was treibst du da oben?«, fragte der Mann. Er antwortete, »Zwei Meilen von hier stehen sieben Windmühlen. Seht, die blase ich an, dass sie laufen.« »Oh, geh mit mir«, sprach der Mann, »wenn wir vier zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen.« Da stieg der Bläser herab und ging mit, und über eine Zeit sahen sie einen, der stand da auf einem Bein und hatte das andere abgeschnallt und neben sich gelegt. Da sprach der Herr, »Du hast sie ja bequem gemacht zum Ausruhen.« »Ich bin ein Läufer«, antwortete er, »und damit ich nicht gar zu schnell springe, hab ich mir das eine Bein abgeschnallt. Wenn ich mit zwei Beinen laufe, so geht's geschwinder, als ein Vogel fliegt.« »Hoh, geh mit mir. Wenn wir fünf zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen.« Da ging er mit. Und gar nicht lange so begegneten sie einem, der hatte ein Hütchen auf, hatte es aber ganz auf dem einen Ohr sitzen. Da sprach der Herr zu ihm, »Manierlich, manierlich, häng deinen Hut doch nicht auf ein Ohr, du siehst ja aus wie ein Hans Narr.« »Ich darf's nicht tun«, sprach der andere, »denn setz ich meinen Hut gerad, so kommt ein gewaltiger Frost und die Vögel unter dem Himmel erfrieren und fallen tot zur Erde.« »Aha.« »Dann geh mit mir«, sprach der Herr. »Wenn wir sechs zusammen sind, dann sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen.« Nun gingen die Sechse in eine Stadt, wo der König hatte bekannt machen lassen, wer mit seiner Tochter um die Wette laufen wollte und den Sieg davon trüge, »der sollte ihr Gemahl werden. Wer aber verlöre, müsste auch seinen Kopf hergeben.« Da meldete sich der Mann und sprach, »Ich will aber meinen Diener für mich laufen lassen.« Der König antwortete, »Dann musst du auch noch dessen Leben zum Pfand setzen, also das Sein und dein Kopf für den Sieg haften.« Als das verabredet und festgemacht war, schnallte der Mann dem Läufer das andere Bein an und sprach zu ihm, »Nun sei hurtig und hilf, dass wir siegen.« Es war aber bestimmt, dass wer am ersten Wasser aus einem weit abgelegenen Brunnen brächte, der sollte Sieger sein. Nun bekam der Läufer einen Krug und die Königstochter auch einen, und sie fingen zu gleicher Zeit zu laufen an, aber in einem Augenblick, als die Königstochter erst eine kleine Strecke facht war, konnte den Läufer schon kein Zuschauer mehr sehen und es war nicht anders, als wäre der Wind vorbeigesaust. In kurzer Zeit langte er bei dem Brunnen an, schöpfte den Krug voll Wasser und kehrte wieder um. Mitten aber auf dem Heimwege überkam ihn eine Müdigkeit, da setzte er den Krug hin, legte sich nieder und schlief ein. Er hatte aber einen Pferdeschädel, der da auf der Erde lag, zum Kopfkissen gemacht, damit er hart läge und bald wieder erwachte. Indessen war die Königstochter, die auch gut laufen konnte, so gut es ein gewöhnlicher Mensch eben vermag, bei dem Brunnen angelangt und eilte mit ihrem Kruge voll Wasser zurück. Und als sie den Läufer da liegen und schlafen sah, da war sie froh und sprach, »Hach, der Feind ist in meine Hände gegeben!« lehrte seinen Krug aus und sprang weiter. Nun wäre alles verloren gewesen, wenn nicht zu gutem Glück der Jäger mit seinen scharfen Augen oben auf dem Schloss gestanden und alles mit angesehen hätte. Da sprach er, »Die Königstochter soll doch nicht gegen uns ankommen!« lud seine Büchse und schoss so geschickt, dass er dem Läufer den Pferdeschädel unter dem Kopf wegschoss, ohne ihm wehzutun. Da erwachte der Läufer, sprang in die Höhe und sah, dass sein Krug leer und die Königstochter schon weit voraus war. Aber er verlor den Mut nicht, lief mit dem Kruge wieder zum Brunnen zurück, schöpfte aufs neue Wasser und war noch zehn Minuten eher als die Königstochter daheim. »Seht ihr?« sprach er. »Jetzt erst hab ich die Beine aufgehoben. Vorher war es gar kein Laufen zu nennen.« Den König aber kränkte es und seine Tochter noch mehr, dass sie so ein gemeiner, abgedankter Soldat davon tragen sollte. Sie ratschlagten miteinander, wie sie ihn samt seinen Gesellen loswürden. Da sprach der König zu ihr, »Ich habe ein Mittel gefunden. Lasst ihr nicht bange sein. Sie sollen nicht wieder heimkommen.« Und sprach zu ihnen, »Ihr sollt euch nun zusammen lustig machen, essen und trinken« und führte sie zu einer Stube, die hatte einen Boden von Eisen und die Türen waren auch von Eisen und die Fenster waren mit eisernen Stäben verwahrt. In der Stube war eine Tafel mit köstlichen Speisen besetzt. Da sprach der König zu ihnen, »Geht hinein und lasst euch's wohl sein.« Und wie sie da rinnen waren, ließ er die Tür verschließen und verriegeln. Dann ließ er den Koch kommen und befahl ihm, ein Feuer so lange unter die Stube zu machen, bis das Eisen glühend würde. Das tat der Koch und das fing an und ward den Sechsen in der Stube, während sie an der Tafel saßen, ganz warm und sie meinten, das käme vom Essen. Als aber die Hitze immer größer ward und sie hinaus wollten, Tür und Fenster aber verschlossen fanden, da merkten sie, dass der König Böses im Sinne gehabt hatte und sie ersticken wollte. »Es soll ihm aber nicht gelingen«, sprach der mit dem Hütchen. »Ich will einen Frost kommen lassen, vor dem sich das Feuer schämen und vergriechen soll.« Da setzte er sein Hütchen gerade und also bald fiel ein Frost, dass alle Hitze verschwand und die Speisen auf den Schüsseln anfingen zu frieren. Als nun ein paar Stunden herum waren und der König glaubte, sie wären in der Hitze verschmachtet, ließ er die Tür öffnen und wollte selbst nach ihnen sehen. Aber wie die Tür aufging, standen sie alle Sechse da, frisch und gesund, und sagten, es wäre ihnen lieb, dass sie heraus könnten, sich zu wärmen, denn bei der großen Kälte in der Stube frören die Speisen an den Schüsseln fest. Da ging der König voll Zorn hinab zu dem Koch, schallt ihn und fragte, warum er nicht getan hätte, was ihm wäre befohlen worden. Der Koch aber antwortete, »Es ist Glut genug da, seht nur selbst!« Da sah der König, dass ein gewaltiges Feuer unter der Eisenstube brannte und merkte, dass er den Sechsen auf diese Weise nichts anhaben könnte. Nun sann der König aufs Neue, wie er der bösen Gäste los würde, ließ den Meister kommen und sprach, »Willst du Gold nehmen und dein Recht auf meine Tochter aufgeben, so sollst du haben, so viel du willst!« »Oh ja, Herr König«, antwortete er, »gebt mir so viel, als mein Diener tragen kann, so verlange ich eure Tochter nicht.« Das war der König zufrieden, und jener sprach weiter, »So will ich in vierzehn Tagen kommen und es holen.« Darauf rief er alle Schneider aus dem ganzen Reich herbei. Die mussten vierzehn Tage lang sitzen und einen Sack nähen. Und als er fertig war, musste der Starke, welcher Bäume ausrupfen konnte, den Sack auf die Schulter nehmen und mit ihm zu dem König gehen. Da sprach der König, »Was ist das für ein gewaltiger Kerl, der den hausgroßen Ballen Leinwand auf der Schulter trägt?« Er schrak und dachte, »Oh, was wird der für Gold wegschleppen?« Da hieß er eine Tonne Gold herbringen, »die mussten sechzehn der stärksten Männer tragen. Aber der Starke packte sie mit einer Hand, steckte sie in den Sack und sprach, »Warum bringt ihr nicht gleich mehr? Das deckt ja kaum den Boden.« Da ließ der König nach und nach seinen ganzen Schatz herbeitragen. Den schob der Starke in den Sack hinein, und der Sack war davon noch nicht zur Hälfte voll. »Schafft mehr herbei,« rief er, »die paar Brocken, die füllen nicht.« Da mussten noch siebentausend Wagen mit Gold, in dem ganzen Reiche zusammengefahren werden. Die schob der Starke samt den vorgespannten Ochsen in seinen Sack. »Ah, ich will's nicht lange besehen,« sprach er, »und nehmen, was kommt, damit der Sack nur endlich voll wird.« Wie alles darin stak, ging doch noch viel hinein. Da sprach er, »Ach, ich will dem Ding nur ein Ende machen. Man bindet wohl einmal einen Sack zu, wenn er auch noch nicht voll ist.« Dann huckte er ihn auf den Rücken und ging mit seinen Gesellen fort. Als der König nun sah, wie der einzige Mann des ganzen Landes Reichtum vortrug, da ward er zornig und ließ seine Reiterei aufsitzen. Die sollten den Sechsen nachjagen und hatten Befehl, dem Starken den Sack wieder abzunehmen. Zwei Regimenter holten sie bald ein und riefen ihnen zu, »Ihr seid Gefangene! Legt den Sack mit dem Gold nieder, oder ihr werdet zusammengehauen!« »Was sagt ihr?« sprach der Bläser. »Wir wären Gefangene?« »Ihr sollt ihr sämtlich in der Luft herumtanzen!« hielt das eine Nasenloch zu und blies mit dem anderen die beiden Regimente an. Da fuhren sie auseinander und in die blaue Luft über alle Berge hinweg, der eine hierhin, der andere dorthin. Ein Feldwebel rief um Gnade. Er hätte neun Wunden und wäre ein braver Kerl, der den Schimpf nicht verdiente. Da ließ der Bläser ein wenig nach, sodass er ohne Schaden wieder herabkam. Dann sprach er zu ihm, »Nun geh heim zum König und sag, er sollte nur noch mehr Reiterei schicken. Ich wollte sie alle in die Luft blasen.« Der König, als er den Bescheid vernahm, sprach, »Lass die Kerle gehen. Die haben etwas an sich.« Da brachten die Sechs den Reichtum heim, teilten ihn unter sich und lebten vergnügt bis an ihr Ende. Der Wolf und der Mensch Der Fuchs erzählte einmal dem Wolf von der Stärke des Menschen. Kein Tier könnte ihm widerstehen und sie müssten List gebrauchen, um sich vor ihm zu erhalten. Da antwortete der Wolf, »Wenn ich nur einmal einen Menschen zu sehen bekäme. Ich wollte schon auf ihn losgehen.« »Dazu kann ich dir helfen,« sprach der Fuchs, »komm nur morgen früh zu mir, so will ich dir einen zeigen.« Der Wolf stellte sich frühzeitig ein, und der Fuchs brachte ihn hinaus auf den Weg, den der Jäger alle Tage ging. Zuerst kam ein alter, abgedankter Soldat. »Ist das ein Mensch?«, fragte der Wolf. »Nein,« antwortete der Fuchs, »das ist einer gewesen.« Danach kam ein kleiner Knabe, der zur Schule wollte. »Ist das ein Mensch?« »Nein, das will erst einer werden.« Endlich kam der Jäger, die Doppelflinte auf dem Rücken und den Hirschfänger an der Seite. Sprach der Fuchs zum Wolf, »Siehst du, dort kommt ein Mensch, auf den musst du losgehen. Ich aber will mich fort in meine Höhle machen.« Der Wolf ging nun auf den Menschen los. Der Jäger, als er ihn erblickte, sprach, »Es ist schade, dass ich keine Kugel geladen habe,« legte an und schoss dem Wolf das Schrot ins Gesicht. Der Wolf verzog das Gesicht gewaltig, doch ließ er sich nicht schrecken und ging vorwärts. Da gab ihm der Jäger die zweite Ladung. Der Wolf verbiss den Schmerz und rückte dem Jäger zu Leibe. Da zog dieser seinen blanken Hirschfänger und gab ihm links und rechts ein paar Hiebe, dass er über und überblutend mit Geheul zu dem Fuchs zurücklief. »Nun, Bruder Wolf,«, sprach der Fuchs, »wie bist du mit dem Menschen fertig geworden?« »Ach,« antwortete der Wolf, »so habe ich mir die Stärke des Menschen nicht vorgestellt. Erst nahm er einen Stock von der Schulter und blies hinein, da flog mir etwas ins Gesicht, das hat mich ganz entsetzlich gekitzelt. Danach pustete er noch einmal in den Stock, da flog mir es um die Nase wie Blitz- und Hagelwetter. Und wie ich ganz nah war, da zog er eine blanke Rippe aus dem Leib, damit hat er so auf mich losgeschlagen, dass ich beinahe tot wäre, liegen geblieben. »Siehst du,« sprach der Fuchs, »was du für ein Prahlhans bist? Du wirfst das Beil so weit, dass du's nicht wiederholen kannst.« Der Wolf und der Fuchs Der Wolf hatte den Fuchs bei sich, und was der Wolf wollte, das musste der Fuchs tun. Weil er der Schwächste war und der Fuchs wäre gerne des Herren losgewiesen. Es trug sich zu, dass sie beide durch den Wald gingen. Da sprach der Wolf, »Rotfuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich fresse dich selber auf.« Da antwortete der Fuchs, »Ich weiß einen Bauernhof, wo ein paar junge Lämmlein sind. Hast du Lust? So wollen wir eins holen.« Dem Wolf war das recht. Sie gingen hin, und der Fuchs stahl das Lämmlein, brachte es dem Wolf und machte sich fort. Da fraß es der Wolf auf, war aber damit noch nicht zufrieden, sondern wollte das andere dazu haben und ging es zu holen. Weil er es aber so ungeschickt machte, ward es die Mutter vom Lämmlein gewahr und fing an, entsetzlich zu schreien und zu bläken, dass die Bauern herbeigelaufen kamen. Da fanden sie den Wolf und schlugen ihn so erbärmlich, dass er hinkend und heulend bei dem Fuchs ankam. »Du hast mich schön angeführt«, sprach er. »Ich wollte das andere Lamm holen. Da haben mich die Bauern erwischt und haben mich weichgeschlagen.« Der Fuchs antwortete, »Warum bist du so ein Nimmersatt?« Am anderen Tage gingen sie wieder ins Feld. Da sprach der gierige Wolf abermals, »Rottfuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich fresse dich selber auf.« Da antwortete der Fuchs, »Ich erweis ein Bauernhaus. Da backt die Frau heut Abend Pfannenkuchen. Wir wollen uns davon holen.« Sie gingen hin und der Fuchs schlich ums Haus herum, guckte und schnupperte so lange, bis er ausfindig machte, wo die Schüssel stand, zog dann sechs Pfannenkuchen herab und brachte sie dem Wolf. »Da, hast du zu fressen«, sprach er zu ihm und ging seiner Wege. Der Wolf hatte die Pfannenkuchen in einem Augenblick hinuntergeschluckt und sprach, »Sie schmecken nach Meer.« ging hin und riss geradezu die ganze Schüssel herunter, dass sie in Stücke zersprang. Da gab's einen gewaltigen Lärm, dass die Frau herauskam, und als sie den Wolf sah, rief sie die Leute. Die eilten herbei und schlugen ihn, was Zeug wollte halten, dass er mit zwei lahmen Beinen laut heulend zum Fuchs in den Wald hinauskam. »Was hast du mich garstig angeführt?«, rief er. »Die Bauern haben mich erwischt und mir die Haut gegärbt.« Der Fuchs aber antwortete, »Warum bist du so ein Nimmersatt?« Am dritten Tag, als sie beisammen draußen waren und der Wolf mit Mühe nur forthinkte, sprach er doch wieder, »Rotfuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich fresse dich selber auf.« Der Fuchs antwortete, »Ich weiß einen Mann, der hat geschlachtet, und das gesalzene Fleisch liegt in einem Fass im Keller. Das wollen wir holen.« Sprach der Wolf, »Aber ich will gleich mitgehen, damit du mir hilfst, wenn ich nicht fort kann.« »Meinetwegen«, sprach der Fuchs und zeigte ihm die Schliche und Wege, auf welchen sie endlich in den Keller gelangten. Da war nun Fleisch im Überfluss, und der Wolf machte sich gleich daran und dachte, »Bis ich aufhöre, hat's Zeit.« Der Fuchs ließ sich's auch gut schmecken, blickte überall herum, lief aber oft zu dem Loch, durch welches sie gekommen waren, und versuchte, ob sein Leib noch schmal genug wäre, durchzuschlüpfen. Sprach der Wolf, »Lieber Fuchs, sag mir, warum rennst du so hin und her und springst hinaus und herein?« »Ich muss doch sehen, ob niemand kommt,« antwortete der Listige, »friß nur nicht zu viel.« Da sagte der Wolf, »Ich gehe nicht eher fort, als bis das Fass leer ist.« In dem kam der Bauer, der den Lärm von des Fuchses Sprüngen gehört hatte, in den Keller. Der Fuchs, wie er ihn sah, war mit einem Satz zum Loch draußen. Der Wolf wollte nach, aber er hatte sich so dick gefressen, dass er nicht mehr durch konnte, sondern stecken blieb. Da kam der Bauer mit einem Knüppel und schlug ihn tot. Der Fuchs aber sprang in den Wald und war froh, dass er den alten Nimmersatt los war. Der Fuchs und die Frau Gevatterin Die Wölfin brachte ein Junges zur Welt und ließ den Fuchs zu Gevatter einladen. »Er ist doch nah mit uns verwandt,« sprach sie, »hatte einen guten Verstand und viel Geschicklichkeit. Er kann mein Söhnlein unterrichten und ihm in der Weltfahrt helfen.« Der Fuchs erschien auch ganz ehrbar und sprach, »Liebwerte Frau Gevatterin, ich danke euch für die Ehre, die ihr mir erzeigt. Ich will mich aber auch so halten, dass ihr eure Freude daran haben sollt.« Bei dem Fest ließ er sich's schmecken und machte sich ganz lustig. Hernach sagte er, »Liebe Frau Gevatterin, es ist unsere Pflicht, für das Kindlein zu sorgen, ihr müsst gute Nahrung haben, damit es auch zu Kräften kommt. Ich weiß einen Schafstall, woraus wir leicht ein gutes Stück holen könnten.« Der Wölfin gefiel das Liedlein und sie ging mit dem Fuchs hinaus nach dem Bauernhof. Er zeigte ihr den Stall aus der Ferne und sprach, »Dacht, werdet ihr ungesehen hineinkriechen können. Ich will mich derweil auf der anderen Seite umsehen, ob ich etwa ein Hühnlein erwische.« Er ging aber nicht hin, sondern ließ sich am Eingang des Waldes nieder, streckte die Beine und ruhte sich aus. Die Wölfin kroch in den Stall. Da lag ein Hund und machte Lärm, sodass die Bauern gelaufen kamen, die Frau Gevatterin ertappten und eine scharfe Lauge von ungebrannte Asche über ihr Fell gossen. Endlich entkam sie doch und schleppte sich hinaus. Da lag der Fuchs, tat ganz kläglich und sprach, »Ach, liebe Frau Gevatterin, wie ist's mir schlimm ergangen? Die Bauern haben mich überfallen und alle Glieder zerschlagen. Wenn ihr nicht wollt, dass ich auf dem Platz liegen bleiben und verschmachten soll, so müsst ihr mich forttragen.« Die Wölfin konnte selbst nur langsam fort, doch hatte sie große Sorge für den Fuchs, dass sie ihn auf ihren Rücken nahm und den ganz gesunden und heilen Gevatter langsam bis zu ihrem Hause trug. Da rief er ihr zu, »Lebt wohl, liebe Frau Gevatterin, und lasst euch den Braten wohlbekommen!« lachte sie gewaltig aus und sprang fort. Der Fuchs und die Katze Es trug sich zu, dass die Katze in einem Walde dem Herrn Fuchs begegnete und weil sie dachte, »Er ist gescheit und wohlerfahren und gilt viel in der Welt«, so sprach sie ihm freundlich zu. »Guten Tag, lieber Herr Fuchs! Wie geht's? Wie steht's? Wie schlagt ihr euch durch in dieser teuren Zeit?« Der Fuchs, der Fuchs, allen hochmutsvoll, betrachtete die Katze von Kopf bis zu den Füßen und wusste lange nicht, ob er eine Antwort geben sollte. Endlich sprach er, »O, du armseliger Bartputzer! Du buntschäckiger Narder, du Hungerleider und Mäusejäger! Was kommt dir in den Sinn? Du unterstehst dich zu fragen, wie's mir gehe? Was hast du gelernt? Wie viel Künste verstehst du?« »Ich verstehe nur eine Einzige«, antwortete bescheidendlich die Katze. »Was ist das für eine Kunst?« fragte der Fuchs. »Wenn die Hunde hinter mir her sind, so kann ich auf einen Baum springen und mich retten.« »Hah, ist das alles?« fragte der Fuchs. »Ich bin Herr über hundert Künste und habe überdies noch einen Sack voll List? Du jammerst mich, aber komm mit mir, ich will dich lehren, wie man den Hunden entgeht.« In dem kam ein Jäger mit vier Hunden daher. Die Katze sprang behend auf einen Baum und setzte sich in den Gipfel, wo Äste und Laubwerk sie völlig verbargen. »Bindet den Sack auf, Herr Fuchs! Bindet den Sack auf!« rief ihm die Katze zu, aber die Hunde hatten ihn schon gepackt und hielten ihn fest. »Ei, Herr Fuchs!« rief die Katze. »Ihr bleibt mit euren hundert Künsten stecken. Hättet ihr heraufkriechen können wie ich, so wär's nicht um euer Leben geschehen.« Die Nelke Es war eine Königin, die hatte unser Herrgott verschlossen, sodass sie keine Kinder gebar. Da ging sie alle Morgen in den Garten und bar zu Gott im Himmel, er möchte ihr einen Sohn oder eine Tochter bescheren. Da kam ein Engel vom Himmel und sprach, »Gib dich zufrieden. Du sollst einen Sohn haben, mit wünschlichen Gedanken, denn was er sich wünscht auf der Welt, das wird er erhalten.« Sie ging zum König und sagte ihm die fröhliche Botschaft, und als die Zeit herum war, gebar sie einen Sohn, und der König war in großer Freude. Nun ging sie alle Morgen mit dem Kind in den Tiergarten und wusch sich da bei einem klaren Brunnen. Es geschah einstmals, als das Kind schon ein wenig älter war, dass es ihr auf dem Schoß lag und sie entschlief. Da kam der alte Koch, der wusste, dass das Kind wünschliche Gedanken hatte, und raubte es und nahm ein Huhn und zerriss es und tropfte ihr das Blut auf die Schürze und das Kleid. Da trug er das Kind fort an einen verborgenen Ort, wo es eine Amme tränken musste, und lief zum König und klagte die Königin an, sie habe ihr Kind von den wilden Tieren rauben lassen. Und als der König das Blut an der Schürze sah, glaubte er es und geriet in einen solchen Zorn, dass er einen tiefen Turm bauen ließ, in den weder Sonne noch Mond schien, und ließ seine Gemahlin hineinsetzen und vermauern. Da sollte sie sieben Jahre sitzen, ohne Essen und Trinken, und sollte verschmachten. Aber Gott schickte zwei Engel vom Himmel, in Gestalt von weißen Tauben, die mussten täglich zweimal zu ihr fliegen und ihr das Essen bringen, bis die sieben Jahre herum waren. Der Koch aber dachte bei sich, hat das Kind wünschliche Gedanken, und ich bin hier, so könnte es mich leicht ins Unglück bringen. Da machte er sich vom Schloss weg und ging zu dem Knaben, der war schon so groß, dass er sprechen konnte, und sagte zu ihm, wünsche dir ein schönes Schloss mit einem Garten und was dazugehört. Und kaum waren die Worte aus dem Munde des Knaben, so stand alles da, was er gewünscht hatte. Über eine Zeit sprach der Koch zu ihm, es ist nicht gut, dass du so allein bist, wünsche dir eine schöne Jungfrau zur Gesellschaft. Da wünschte sie der Königssohn herbei, und sie stand gleich vor ihm und war so schön, wie sie kein Maler malen konnte. Nun spielten sie beide zusammen und hatten sich von Herzen lieb, und der alte Koch ging auf die Jagd, wie ein vornehmer Mann. Es kam ihm aber der Gedanke, der Königssohn könnte einmal wünschen, bei seinem Vater zu sein und ihn damit in große Not bringen. Da ging er hinaus, nahm das Mädchen beiseite und sprach, diese Nacht, wenn der Knabe schläft, so geh an sein Bett und stoß ihm das Messer ins Herz und bring mir Herz und Zunge von ihm, und wenn du das nicht tust, so sollst du dein Leben verlieren. Darauf ging er fort, und als er am anderen Tage wiederkam, so hatte sie es nicht getan und sprach, was soll ich ein unschuldiges Blut ums Leben bringen, das noch niemanden beleidigt hat? sprach der Koch wieder, wo du es nicht tust, so kostet dich selbst dein Leben. Als er weggegangen war, ließ sie sich eine kleine Hirschkuh herbeiholen und ließ sie schlachten und nahm Herz und Zunge und legte sie auf einen Teller, und als sie den Alten kommen sah, sprach sie zu dem Knaben, leg dich ins Bett und zieh die Decke über dich. Da trat der Bösewicht herein und sprach, wo ist Herz und Zunge von dem Knaben? Das Mädchen reichte ihm den Teller, aber der Königssohn warf die Decke herab und sprach, du alter Sünder, warum hast du mich töten wollen? Nun will ich dir dein Urteil sprechen. Du sollst ein schwarzer Pudelhund werden und eine goldene Kette um den Hals haben und sollst glühende Kohlen fressen, das dir die Lohe zum Hals herausschlägt. Und wie er die Wörter ausgesprochen hatte, so war der Alte in einen Pudelhund verwandelt und hatte eine goldene Kette um den Hals und die Köche mussten glühende Kohlen heraufbringen, die fraß er, dass ihm die Lohe aus dem Hals herausschlug. Nun blieb der Königssohn noch eine kleine Zeit da und dachte an seine Mutter und ob sie noch am Leben wäre. Endlich sprach er zu dem Mädchen, ich will heim in mein Vaterland. Willst du mit mir gehen? So will ich dich ernähren. Ach, antwortete sie, der Weg ist so weit und was soll ich in einem fremden Lande machen, wo ich unbekannt bin? Weil es also ihr Wille nicht recht war und sie doch voneinander nicht lassen wollten, wünschte er sie zu einer schönen Nelke und steckte sie zu sich. Da zog er fort und der Pudelhund musste mitlaufen und zog in sein Vaterland. Nun ging er zu dem Turm, wo seine Mutter darin saß und weil der Turm so hoch war, wünschte er eine Leiter herbei, die bis oben hin reichte. Da stieg er hinauf und sah hinein und rief, Herzliebste Mutter, Frau Königin, seid ihr noch am Leben oder seid ihr tot? Sie antwortete, ich habe ja eben gegessen und bin noch satt und meinte, die Engel wären da. Sprach er, ich bin euer lieber Sohn, den die wilden Tiere euch sollen vom Schoß geraubt haben, aber ich bin noch am Leben und will euch bald erretten. Nun stieg er herab und ging zu seinem Herrn Vater und ließ sich anmelden als ein fremder Jäger, ob er könnte Dienste bei ihm haben. antwortete der König, ja, wenn er gelernt wäre und ihm Wildbret schaffen könnte, sollte er herkommen. Es hatte sich aber auf der ganzen Grenze und Gegend niemals wild aufgehalten. Da versprach der Jäger, er wollte ihm so viel Wild schaffen, als er nur auf der königlichen Tafel gebrauchen könnte. Dann hieß er die Jägerei zusammenkommen, sie sollten alle mit ihm hinaus in den Wald gehen. Da gingen sie mit und draußen hieß er sie einen großen Kreis schließen, der an einem Ende offen blieb und dann stellte er sich hinein und fing an zu wünschen. Alsbald kamen zweihundert und etliche Stück Wildbret in den Kreis gelaufen und die Jäger mussten es schießen. Da ward alles auf sechzig Bauernwagen geladen und dem König heimgefahren. Da konnte er einmal seine Tafel mit Wildbret zieren, nachdem er lange Jahre keins gehabt hatte. Nun empfand der König große Freude darüber und bestellte, es sollte des anderen Tages seine ganze Hofhaltung bei ihm speisen und machte ein großes Gastmahl. Wie sie alle beisammen waren, sprach er zu dem Jäger, »Weil du so geschickt bist, so sollst du neben mir sitzen.« Er antwortete, »Herr König, eure Majestät halten zu Gnaden, ich bin ein schlechter Jägersbursch.« Der König aber bestand darauf und sagte, »Du sollst dich neben mich setzen, bis er es tat.« Wie er da saß, dachte er an seine liebste Frau Mutter und wünschte, dass nur einer von des Königs ersten Dienern von ihr anfinge und fragte, wie es wohl der Frau Königin im Turm ginge, ob sie wohl noch am Leben wäre oder verschmachtet. Kaum hatte er es gewünscht, so fing auch schon der Marschall an und sprach, »Königliche Majestät, wir leben hier in Freuden. Wie geht es wohl der Frau Königin im Turm, ob sie wohl noch am Leben oder verschmachtet ist?« Aber der König antwortete, »Sie hat mir meinen lieben Sohn von den wilden Tieren zerreißen lassen. Davon will ich nichts hören.« Da stand der Jäger auf und sprach, »Gnädigster Herr Vater, sie ist noch am Leben und ich bin ihr Sohn und die wilden Tiere haben ihn nicht geraubt, sondern der Bösewicht, der alte Koch hat es getan. Der hat mich, als sie eingeschlafen war, von ihrem Schoß weggenommen und ihre Schürze mit dem Blut eines Huhns betropft.« Darauf nahm er den Hund mit dem goldenen Armband und sprach, »Das ist der Bösewicht« und ließ glühende Kohlen bringen, die musste er angesichts aller fressen, das ihm die Lohe aus dem Hals schlug. Darauf fragte er den König, ob er ihn in seiner wahren Gestalt sehen wollte und wünschte ihn wieder zum Koch. Da stand er alsbald mit der weißen Schürze und dem Messer an der Seite. Der König, wie er ihn sah, ward zornig und befahl, dass er in den tiefsten Kerker sollte geworfen werden. Darauf sprach der Jäger weiter, »Herr Vater, wollt ihr auch das Mädchen sehen, das mich so zärtlich aufgezogen hat und mich hernach ums Leben bringen sollte, es aber nicht getan hat, obgleich sein eigenes Leben auf dem Spiel stand?« antwortete der König, »Ja, ich will Sie gern sehen«, sprach der König, »Gnädigster Herr Vater, ich will Sie euch zeigen in Gestalt einer schönen Blume« und griff in die Tasche und holte die Nelke und stellte sie auf die königliche Tafel und sie war so schön, wie der König nie eine gesehen hatte. Darauf sprach der Sohn, »Nun will ich Sie auch in ihrer wahren Gestalt zeigen« und wünschte sie zu einer Jungfrau. Da stand sie da und war so schön, dass kein Maler sie hätte schöner malen können. Der König aber schickte zwei Kammerfrauen und zwei Diener hinab in den Turm. Die sollten die Frau Königin holen und an die königliche Tafel bringen. Als sie aber dahin geführt ward, aß sie nichts mehr und sagte, »Der gnädige, barmherzige Gott, der mich im Turm erhalten hat, wird mich bald erlösen.« Da lebte sie noch drei Tage und starb dann selig. Und als sie begraben ward, da folgten ihr die zwei weißen Tauben nach, die ihr das Essen in den Turm gebracht hatten und Engel vom Himmel waren und setzten sich auf ihr Grab. Der alte König ließ den Koch in vier Stücke zerreißen, aber der Gram zehrte an seinem Herzen und er starb bald. Der Sohn heiratete die schöne Jungfrau, die er als Blume in der Tasche mitgebracht hatte. Und ob sie noch leben, das steht bei Gott. Das kluge Gretel Es war eine Köchin, die hieß Gretel, die trug Schuhe mit roten Absätzen und wenn sie damit ausging, so drehte sie sich hin und her, war ganz fröhlich und dachte, »Ach, du bist doch ein schönes Mädel!« Und wenn sie nach Hause kam, so trank sie aus Fröhlichkeit einen Schluck Wein und weil der Wein auch Lust zum Essen macht, so versuchte sie das Beste, was sie kochte, so lange, bis sie satt war und sprach, »Ja, die Königin muss wissen, wie's Essen schmeckt.« Es trug sich zu, dass der Herr einmal zu ihr sagte, »Gretel, heute Abend kommt ein Gast, richte mir zwei Hühner fein wohl zu.« »Will's schon machen, Herr?« antwortete Gretel. Nun stach's die Hühner ab, brühte sie, rupfte sie, steckte sie an den Spieß und brachte sie, wie's gegen Abend ging, zum Feuer, damit sie braten sollten. Die Hühner fingen an braun und gar zu werden, aber der Gast war noch nicht gekommen. Da rief Gretel dem Herrn, »Kommt der Gast nicht, so muss ich die Hühner vom Feuer tun. Ist aber jammer und schade, wenn sie nicht bald gegessen werden, wo sie am besten im Saft sind.« sprach der Herr, »so will ich nur selbst laufen und den Gast holen.« Als der Herr den Rücken gekehrt hatte, legte Gretel den Spieß mit den Hühnern beiseite und dachte, »Solange da beim Feuer stehen macht schwitzen und durstig, wer weiß, wann die kommen, derweil spring ich in den Keller und tu einen Schluck.« rief hinab, setzte einen Krug an, sprach, »Gott gesegne dir's, Gretel« und tat einen guten Zug. »Der Wein hängt aneinander«, sprach's weiter, »und ist nicht gut abbrechen« und tat noch einen ernsthaften Zug. Nun ging es und stellte die Hühner wieder übers Feuer, strich sie mit Butter und trieb den Spieß schweißlustig herum. »Weil aber der Braten so gut roch,« dachte Gretel, »es könnte ja etwas fehlen. Versucht muss er werden,« schlägte mit dem Finger und sprach, »ei, was sind die Hühner so gut! Ist ja Sünd und Schand, dass man sie nicht gleich isst!« rief zum Fenster, ob der Herr mit seinem Gast noch nicht käme, aber es sah niemand, stellte sich wieder zu den Hühnern, dachte, »der eine Flügel verbrennt. Besser ist's, ich ess ihn weg.« Also schnitt es ihn ab und aß ihn auf und er schmeckte ihm und wie es damit fertig war, dachte es, »der andere muss auch herab, sonst merkt der Herr, dass etwas fehlt.« Wie die zwei Flügel verzehrt waren, ging es wieder und schaute nach dem Herrn und sah ihn nicht. »Wer weiß«, fiel ihm ein, »sie kommen wohl gar nicht und sind wo eingekehrt?« Da sprach's, »Ei, Gretel, sei guter Dinge, das eine ist doch angegriffen. Tu noch einen frischen Trunk und iss es vollends auf. Wenn's alle ist, hast du Ruhe. Warum soll die gute Gottesgabe umkommen?« Also lief es noch einmal in den Keller, tat einen ehrbaren Trunk und aß das eine Huhn in aller Freudigkeit auf. Wie das eine Huhn hinunter war und der Herr noch immer nicht kam, sah Gretel das andere an und sprach, »Ach, wo das eine ist, muss das andere auch sein. Die zwei gehören zusammen. Was dem einen recht ist, das ist dem anderen billig. Ich glaube, wenn ich noch einen Trunk tue, so sollte mir's nicht schaden.« Also tat es noch einen herzhaften Trunk und ließ das zweite Huhn wieder zum anderen laufen. Wie es so im besten Essen war, kam der Herr dahergegangen und rief, »Eil dich, Gretel! Der Gast kommt gleich nach!« »Ja, Herr, willst schon zurichten?« antwortete Gretel. Der Herr sah indessen, ob der Tisch wohl gedeckt war, nahm das große Messer, womit er die Hühner zerschneiden wollte, und wetzte es auf dem Gange. In dem kam der Gast, klopfte sittig und höflich an der Haustür. Gretel lief und schaute, wer da war, und als es den Gast sah, hielt es den Finger an den Mund und sprach, »Still, still! Macht geschwind, dass ihr wieder fortkommt! Wenn euch mein Herr erwischt, so seid ihr unglücklich! Er hat euch zwar zum Nachtessen eingeladen, aber er hat nichts anderes im Sinn, als euch die beiden Ohren abzuschneiden! Hört nur, wie er das Messer dazu wetzt!« Der Gast hörte das Wetzen und eilte, was er konnte, die stiegen wieder hinab. Gretel war nicht faul, lief schreiend zu dem Herrn und rief, »Da habt ihr einen schönen Gast eingeladen!« »Ach, warum, Gretel, was meinst du damit?« »Ja«, sagte es, »der hat mir beide Hühner, die ich eben auftragen wollte, von der Schüssel genommen und ist damit fortgelaufen.« »Ha, das ist seine Weise«, sprach der Herr, und es ward ihm leid um die schönen Hühner. »Wenn er mir dann wenigstens das eine gelassen hätte, damit mir was zu essen geblieben wäre!« Er rief ihm nach, er sollte bleiben, aber der Gast tat, als hörte er es nicht. Da lief er hinter ihm her, das Messer noch immer in der Hand, und schrie, »Nur eins!«, »Nur eins!« und meinte, der Gast sollte ihm nur ein Huhn lassen und nicht alle beide nehmen. Der Gast aber meinte nicht anders, als er sollte eins von seinen Ohren hergeben und lief, als wenn Feuer unter ihm brennte, damit er sie beide heimbrächte. Der alte Großvater und sein Enkel Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub und die Knie zitterten ihm. Wenn er nun bei Tische saß und den Löffel kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch und es floss ihm auch etwas wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor und deswegen musste sich der alte Großvater endlich hinter den Ofen in die Ecke setzen und sie gaben ihm sein Essen in ein irdendes Schüsselchen und noch dazu nicht einmal satt, da sah er betrübt nach dem Tisch und die Augen wurden ihm nass. Einmal auch konnten seine zittrigen Hände das Schüsselchen nicht festhalten, es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schallt, er sagte nichts und seufzte nur. Da kaufte sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein paar Heller, daraus musste er nun essen. Wie sie da so sitzen, so trägt der kleine Enkel von vier Jahren auf der Erde kleine Brettlein zusammen. »Was machst du da?«, fragte der Vater. »Ich mache ein Tröglein«, antwortete das Kind. »Daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.« Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, fingen endlich an zu weinen, holten also fort den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer mitessen und sagten auch nichts, wenn er ein wenig verschüttete. Die Wassernixe Ein Brüderchen und ein Schwesterchen spielten an einem Brunnen, und wie sie so spielten, plumpsten sie beide hinein. Da war unten eine Wassernixe, die sprach, »Jetzt hab ich euch, jetzt sollt ihr mir brav arbeiten« und führte sie mit sich fort. Dem Mädchen gab sie verwirrten, garstigen Flax zu spinnen, und es musste Wasser in ein hohles Fass schleppen. Der Junge aber sollte einen Baum mit einer stumpfen Axt hauen, und nichts zu essen bekamen sie als steinharte Klöße. Da wurden zuletzt die Kinder so ungeduldig, dass sie warteten, bis eines Sonntags die Nixe in der Kirche war. Da entflohen sie. Und als die Kirche vorbei war, sah die Nixe, dass die Vögel ausgeflogen waren, und setzte ihnen mit großen Sprüngen nach. Die Kinder erblickten sie aber von Weitem, und das Mädchen warf eine Bürste hinter sich. Das gab einen großen Bürstenberg mit tausend und tausend Stacheln, über den die Nixe mit großer Mühe klettern musste. Endlich aber kam sie doch hinüber. Wie das die Kinder sahen, warf der Knabe einen Kamm hinter sich. Das gab einen großen Kammberg mit tausendmal tausend Zinken. Aber die Nixe wusste sich daran festzuhalten, und kam zuletzt doch darüber. Da warf das Mädchen einen Spiegel hinterwärts, welches einen Spiegelberg gab. Der war so glatt, so glatt, dass sie unmöglich darüber konnte. Da dachte sie, ich will geschwind nach Haus gehen und meine Axt holen und den Spiegelberg in zwei hauen. Bis sie aber wieder kam und das Glas aufgehauen hatte, waren die Kinder längst weit entflohen, und die Wassernixe musste sich wieder in ihren Brunnen trollen. Von dem Tode des Hühnchens Auf eine Zeit ging das Hühnchen mit dem Hähnchen in den Nussberg, und sie machten miteinander aus, wer einen Nusskern fände, sollte ihn mit dem anderen teilen. Nun fand das Hühnchen eine große, große Nuss, sagte aber nichts davon und wollte den Kern allein essen. Der Kern war aber so dick, dass es ihn nicht hinunterschlucken konnte und er ihm im Halse stecken blieb, dass ihm Angst wurde, es müsste ersticken. Da schrie das Hühnchen, Hähnchen, ich bitte dich, lauf, was du kannst, und hol mir Wasser, sonst ersticke ich. Das Hähnchen lief, was es konnte, zum Brunnen und sprach, Born, du sollst mir Wasser geben, das Hühnchen liegt auf dem Nussberg, hat einen großen Nusskern geschluckt und will ersticken. Der Brunnen antwortete, lauf erst hin zur Braut und lass dir rote Seide geben. Das Hähnchen lief zur Braut, Braut, du sollst mir rote Seide geben, rote Seide will ich dem Brunnen geben, der Brunnen soll mir Wasser geben, das Wasser will ich dem Hühnchen bringen, das liegt auf dem Nussberg, hat einen großen Nusskern geschluckt und will daran ersticken. Die Braut antwortete, lauf erst und hol mir mein Kränzlein, das blieb an einer Weide hängen. Da lief das Hähnchen zur Weide und zog das Kränzlein von dem Ast und brachte es der Braut und die Braut gab ihm rote Seide dafür, die brachte es zu dem Brunnen, der gab ihm Wasser dafür. Da brachte das Hähnchen das Wasser zum Hühnchen, wie es aber hinkam, war dieweil das Hühnchen erstickt und lag da tot und rührte sich nicht. Da war das Hähnchen so traurig, dass es laut schrie und kamen alle Tiere und beklagten das Hühnchen und sechs Mäuse bauten einen kleinen Wagen, das Hühnchen darin zum Grabe zu fahren und als der Wagen fertig war, spannten sie sich davor und das Hähnchen fuhr. Auf dem Wege aber kam ein Fuchs. Wo willst du hin, Hähnchen? Ich will mein Hühnchen begraben. Darf ich mitfahren? Ja, aber setz dich hinten auf den Wagen, vorn können's meine Pferdchen nicht vertragen. Da setzte sich der Fuchs hinten auf, dann der Wolf, der Bär, der Hirsch, der Löwe und alle Tiere im Wald. So ging die Fahrt fort, da kamen sie an einen Bach. Wie sollen wir nun hinüber, sagte das Hähnchen. Da lag ein Strohhalm am Bach, der sagte, ich will mich quer darüber legen, so könnt ihr über mich fahren. Wie aber die sechs Mäuse auf die Brücke kamen, rutschte der Strohhalm und fiel ins Wasser und die sechs Mäuse fielen alle hinein und ertranken. Da ging die Not von Neuem an und kam eine Kohle und sagte, ich bin groß genug, ich will mich darüber legen und ihr sollt über mich fahren. Die Kohle legte sich auch an das Wasser, aber sie berührte es unglücklicherweise ein wenig, da zischte sie, verlöschte und war tot. Wie das ein Stein sah, erbarmte er sich und wollte dem Hähnchen helfen und legte sich über das Wasser. Da zog nun das Hähnchen den Wagen selber, wie es ihn aber bald drüben hatte und war mit dem toten Hühnchen auf dem Lande und wollte die anderen, die hinten aufsaßen, auch heranziehen, da waren ihre viel zu viel geworden und der Wagen fiel zurück und alles fiel miteinander in das Wasser und ertrank. Da war das Hähnchen noch allein mit dem toten Hühnchen und grub ihm ein Grab und legte es hinein und machte einen Hügel darüber. Auf den setzte es sich und grämte sich so lange, bis es auch starb. Und da war alles tot. Bruderlustig Es war einmal ein großer Krieg und als der Krieg zu Ende war, bekamen viele Soldaten ihren Abschied. Nun bekam der Bruderlustig auch seinen Abschied und sonst nichts als ein kleines Leibchen Kommissbrot und vier Kreuze an Geld. Und damit zog er fort. Der heilige Petrus aber hatte sich als ein armer Bettler an den Weg gesetzt und wie der Bruderlustig daherkam, bat er ihn um ein Almosen. Er antwortete, Lieber Bettelmann, was soll ich dir geben? Ich bin Soldat gewesen und hab meinen Abschied bekommen und hab sonst nichts als das kleine Kommissbrot und vier Kreuzer Geld. Und wenn das alle ist, dann muss ich betteln, so wie du. Doch geben will ich dir was. Darauf teilte er den Leib in vier Teile und gab davon dem Apostel einen und auch einen Kreuzer. Der heilige Petrus bedankte sich, ging weiter und setzte sich in einer anderen Gestalt wieder als Bettelmann dem Soldaten an den Weg und als er zu ihm kam, bat er ihn wie das vorige Mal um eine Gabe. Der Bruderlustig sprach wie vorher und gab ihm wieder ein Viertel von dem Brot und einen Kreuzer. Der heilige Petrus bedankte sich und ging weiter, setzte sich aber zum dritten Mal in einer anderen Gestalt als ein Bettler an den Weg und sprach den Bruderlustig an. Der Bruderlustig gab ihm auch das dritte Viertel Brot und den dritten Kreuzer. Damit ging er in ein Wirtshaus, aß das Brot und ließ sich für den Kreuzer Bier dazugeben. Als er fertig war, zog er weiter und da ging ihm der heilige Petrus gleichfalls in der Gestalt eines verabschiedeten Soldaten entgegen und redete ihn an. Guten Tag, Kamerad! Kannst du mir nicht ein Stück Brot geben und deinen Kreuzer zu einem Trunk? Wo soll ich's hernehmen? antwortete der Bruderlustig. Ich habe meinen Abschied und sonst nichts als ein Leibkommissbrot und vier Kreuzer an Geld bekommen. Drei Bettler sind mir auf der Landstraße begegnet. Davon habe ich jedem ein Viertel von meinem Brot und einen Kreuzer Geld gegeben. Das letzte Viertel habe ich im Wirtshaus gegessen und für den letzten Kreuzer dazu getrunken. Jetzt bin ich leer und wenn du auch nichts mehr hast, so können wir miteinander betteln gehen. Nein, antwortete der heilige Petrus. Das wird just nicht nötig sein. Ich verstehe mich ein wenig auf die Doktorei und damit will ich mir schon so viel verdienen, als ich brauche. Ja, sagte der Bruderlustig. Davon verstehe ich nichts, also muss ich allein betteln gehen. Nun, komm nur mit, sprach der heilige Petrus. Wenn ich was verdiene, sollst du die Hälfte davon haben. Das ist mir wohl recht, sagte der Bruderlustig. Also zogen sie miteinander fort. Nun kamen sie an ein Bauernhaus und hörten darin gewaltig jammern und schreien. Da gingen sie hinein. So lag der Mann darin auf den Tod krank und war nah am Verscheiden. Und die Frau heulte und weinte ganz laut. Lasst euer Heulen und Weinen, sprach der heilige Petrus. Ich will den Mann wieder gesund machen, nahm eine Salbe aus der Tasche und heilte den Kranken augenblicklich, sodass er aufstehen konnte und ganz gesund war. Sprachen Mann und Frau in großer Freude. Wie können wir euch lohnen? Was sollen wir euch geben? Der heilige Petrus aber wollte nichts nehmen und je mehr ihn die Bauersleute baten, desto mehr weigerte er sich. Der Bruderlustig aber stieß den heiligen Petrus an und sagte, so nimm doch was, wir brauchen's ja. Endlich brachte die Bäuerin ein Lamm und sprach zu dem heiligen Petrus, das müsste er annehmen, aber er wollte es nicht. Da stieß ihn der Bruder lustig in die Seite und sprach, nimm's doch, dummer Teufel, wir brauchen's ja. Da sagte der heilige Petrus endlich, ja, das Lamm will ich nehmen, aber ich trag's nicht, wenn du's willst, so musst du es tragen. Das hat keine Not, sprach der Bruderlustig, das will ich schon tragen und nahm's auf die Schulter. Nun gingen sie fort und kamen in einen Wald, da war das Lamm dem Bruderlustig schwer geworden, er war aber hungrig, also sprach er zu dem heiligen Petrus, schau, da ist ein schöner Platz, da könnten wir das Lamm kochen und verzehren. Mir ist's recht, antwortete der heilige Petrus, doch kann ich mit der Kocherei nicht umgehen. Willst du kochen, so hast du da einen Kessel, ich will derweil auf und ab gehen, bis es gar ist. Du musst aber nicht eher zu essen anfangen, als bis ich wieder zurück bin, ich will schon zu rechter Zeit kommen. Geh nur, sagte Bruderlustig, ich versteh mich aufs Kochen, ich will's schon machen. Da ging der heilige Petrus fort und der Bruderlustig schlachtete das Lamm, machte Feuer an, warf das Fleisch in den Kessel und kochte. Das Lamm war aber schon gar und der Apostel noch immer nicht zurück, da nahm es Bruderlustig aus dem Kessel, zerschnitt es und fand das Herz. Das soll das Beste sein, sprach er und versuchte es, zuletzt aber aß er es ganz auf. Endlich kam der heilige Petrus zurück und sprach, du kannst das ganze Lamm allein essen, ich will nur das Herz davon, das gib mir. Da nahm Bruderlustig Messer und Gabel, tat, als suchte er eifrig in dem Lammfleisch herum, konnte aber das Herz nicht finden. Endlich sagte er kurz weg, äh, es ist kein Star. Nun, wo soll's denn sein, sagte der Apostel. Das weiß ich nicht, antwortete der Bruderlustig. Aber schau, was sind wir alle beide für Narren, suchen das Herz vom Lamm und fällt keinem von uns ein, ein Lamm hat ja gar kein Herz. Ei, sprach der heilige Petrus, das ist was ganz Neues. Jedes Tier hat ja ein Herz, warum sollte ein Lamm denn kein Herz haben? Ein Gewisslich, Bruder, ein Lamm hat kein Herz. Denk nur recht nach, so wird dir's einfallen. Es hat im Ernst keins. Nun, es ist schon gut, sagte der heilige Petrus. Ist kein Herz da, so brauch ich auch nichts vom Lamm. Du kannst's allein essen. Was ich halt nicht aufessen kann, das nehm ich mit in meinem Ranzen, sprach der Bruder lustig, aß das halbe Lamm und steckte das Übrige in seinen Ranzen. Sie gingen weiter. Da machte der heilige Petrus, dass ein großes Wasser quer über den Weg floss und sie hindurch mussten. Sprach der heilige Petrus, geh du nur voran. Nein, antwortete der Bruder lustig, geh du voran und dachte, wenn dem das Wasser zu tief ist, so bleib ich zurück. Da schritt der heilige Petrus hindurch und das Wasser ging ihm nur bis ans Knie. Nun wollte Bruder lustig auch hindurch, aber das Wasser wurde größer und stieg ihm an den Hals. Da rief er, Bruder, hilf mir, sagte der heilige Petrus. Willst du auch gestehen, dass du das Herz von dem Lamm gegessen hast? Nein, antwortete er, ich hab's nicht gegessen. Da ward das Wasser noch größer und stieg ihm bis an den Mund. Hilf mir, Bruder, rief der Soldat. Sprach der heilige Petrus noch einmal, willst du auch gestehen, dass du das Herz vom Lamm gegessen hast? Nein, antwortete er, ich hab es nicht gegessen. Der heilige Petrus wollte ihn nicht ertrinken lassen, ließ das Wasser wieder fallen, und half ihm hinüber. Nun zogen sie weiter und kamen in ein Reich, da hörten sie, dass die Königstochter todkrank läge. Holla, Bruder, sprach der Soldat zum heiligen Petrus. Da ist ein Fang für uns, wenn wir die gesund machen, so ist uns auf ewige Zeiten geholfen. Da war ihm der heilige Petrus nicht geschwind genug. Nun heb die Beine auf, Bruder Herz, sprach er zu ihm, dass wir noch zu rechter Zeit hinkommen. Der heilige Petrus ging aber immer langsamer, wie auch der Bruder Lustig ihn trieb und schob, bis sie endlich hörten, die Königstochter wäre gestorben. Ach, da haben wir es, sprach der Bruder Lustig, das kommt von deinem schläfrigen Gang. Sei nur still, antwortete der heilige Petrus. Ich kann noch mehr als Kranke gesund machen. Ich kann auch Tote wieder ins Leben erwecken. Nun, wenn das ist, sagte der Bruder Lustig, so lass ich's mir gefallen. Das halbe Königreich musste uns aber zum wenigsten verdienen. Darauf gingen sie in das königliche Schloss, wo alles in großer Trauer war. Der heilige Petrus aber sagte zu dem König, er wolle die Tochter wieder lebendig machen. Da ward er zu ihr geführt und dann sprach er, bringt mir einen Kessel mit Wasser. Und wie der gebracht war, hieß er jedermann hinausgehen und nur der Bruder Lustig durfte bei ihm bleiben. Darauf schnitt er alle Glieder der Toten los und warf sie ins Wasser, machte Feuer unter den Kessel und ließ sie kochen. Und wie alles Fleisch von den Knochen herabgefallen war, nahm er das schöne weiße Gebein heraus und legte es auf eine Tafel und reihte und legte es nach seiner natürlichen Ordnung zusammen. Und als das geschehen war, trat er davor und sprach dreimal im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Tote, steh auf! Und beim dritten Mal erhob sich die Königstochter lebendig, gesund und schön. Nun war der König darüber in großer Freude und sprach zum heiligen Petrus, Begehre deinen Lohn und wenn's mein halbes Königreich wäre, so will ich's dir geben. Der heilige Petrus aber antwortete, ich verlange nichts dafür. Oh, du Hans-Narr, dachte der Bruder lustig bei sich, stieß seinen Kameraden in die Seite und sprach, sei doch nicht so dumm, wenn du nichts willst, so brauch ich doch was. Der heilige Petrus aber wollte nichts, doch weil der König sah, dass der andere gern was wollte, ließ er ihm vom Schatzmeister seinen Ranzen mit Gold füllen. Sie zogen darauf weiter und wie sie in einen Wald kamen, sprach der heilige Petrus zum Bruder lustig, jetzt wollen wir das Gold teilen. Ja, antwortete er, das wollen wir tun. Da teilte der heilige Petrus das Gold und teilte es in drei Teile. Dachte der Bruder lustig, was der wieder für einen Sparren im Kopf hat, macht drei Teile und unser sind zwei. Der heilige Petrus aber sprach, nun habe ich genau geteilt, ein Teil für mich, ein Teil für dich und ein Teil für den, der das Herz vom Lamm gegessen hat. Oh, das hab ich gegessen, antwortete der Bruder lustig und strich geschwind das Gold ein. Das kannst du mir glauben. Wie kann das wahr sein, sprach der heilige Petrus. Ein Lamm hat ja kein Herz. Ei, was, Bruder, wo denkst du hin? Nein, ein Lamm hat ja ein Herz so gut wie jedes Tier. Warum sollte das allein keins haben? Nun, es ist schon gut, sagte der heilige Petrus. Behalt das Gold allein. Aber ich bleibe nicht mehr bei dir und will meinen Weg allein gehen. Wie du willst, Bruder Herz, antwortete der Soldat. Leb wohl. Da ging der heilige Petrus eine andere Straße. Bruder lustig aber dachte, ach, es ist gut, dass er abtrabt. Er ist doch ein wunderlicher Heiliger. Nun hatte er zwar Geld genug, wusste aber nicht, damit umzugehen. Vertat es, verschenkte es und wie er eine Zeit herum war, hatte er wieder nichts. Da kam er in ein Land, wo er hörte, dass die Königstochter gestorben wäre. Holla, dachte er, das kann gut werden. Die will ich wieder lebendig machen und mir's bezahlen lassen, dass es eine Art hat. Ging also zum König und bot ihm an, die Tote wieder zu erwecken. Nun hatte der König gehört, dass ein abgedankter Soldat herumziehe und die Gestorbenen wieder lebendig mache und dachte, der Bruder lustig wäre dieser Mann. Doch weil er kein Vertrauen zu ihm hatte, fragte er erst seine Räte. Die sagten aber, er könnte es wagen, da seine Tochter doch tot wäre. Nun ließ sich Bruder lustig Wasser im Kessel bringen, hieß jedermann hinausgehen, schnitt die Glieder ab, warf sie ins Wasser und machte Feuer darunter, gerade wie er es beim heiligen Petrus gesehen hatte. Das Wasser fing an zu kochen und das Fleisch fiel herab. Da nahm er das Gebein heraus und tat es auf die Tafel. Er wusste aber nicht, in welcher Ordnung es fliegen musste und legte alles verkehrt durcheinander. Dann stellte er sich davor und sprach, im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Tote, steh auf, und sprach es dreimal, aber die Gebeine rührten sich nicht. Da sprach er es noch dreimal, aber gleichfalls umsonst. Du Blitzmädel, steh auf, rief er, steh auf, oder es geht dir nicht gut. Wie er das gesprochen, kam der heilige Petrus auf einmal in seiner vorigen Gestalt, als verabschiedeter Soldat, durchs Fenster hereingegangen und sprach, du gottloser Mensch, was treibst du da? Wie kann die Tote auferstehen, da du ihr Gebein so untereinander geworfen hast? Bruderherz, ich hab's gemacht, so gut ich konnte, antwortete er. Diesmal will ich dir aus der Not helfen, aber das sage ich dir, wo du noch einmal so etwas unternimmst, so bist du unglücklich. Auch darfst du von dem König nicht das Geringste dafür begehren oder annehmen. Darauf legte der heilige Petrus die Gebeine in ihre rechte Ordnung, sprach dreimal zu ihr, im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Tote, steh auf. Und die Königstochter stand auf, war gesund und schön wie vorher. Nun ging der heilige Petrus wieder durchs Fenster hinaus. Der Bruder Lustig war froh, dass es so gut abgelaufen war, ärgerte sich aber doch, dass er nichts dafür nehmen sollte. Ich möchte nur wissen, dachte er, was dir für Mucken im Kopf hat. Denn was er mit der einen Hand gibt, das nimmt er mit der anderen. Da ist doch kein Verstand drin. Nun bot der König dem Bruder Lustig an, was er haben wollte. Er durfte aber nichts nehmen. Doch brachte er es durch Anspielung und Listigkeit dahin, dass ihm der König seinen Ranzen mit Gold füllen ließ und damit zog er ab. Als er hinauskam, stand vor dem Tor der heilige Petrus und sprach, schau, was du für ein Mensch bist. Hab ich dir nicht verboten, etwas zu nehmen? Und nun hast du den Ranzen doch voll Gold? Was kann ich dafür, antwortete Bruder Lustig, wenn's mir doch hineingesteckt wird. Das sag ich dir, dass du nicht zum zweiten Mal solche Dinge unternimmst, sonst soll es dir schlimmer gehen. Ei, Bruder, sorg doch nicht, jetzt hab ich Gold, was soll ich mich da mit dem Knochenwaschen abgeben? Ja, sprach der heilige Petrus, das Gold wird lange dauern. Damit du aber hernach nicht wieder auf unerlaubten Wegen gehst, so will ich deinem Ranzen die Kraft geben, dass alles, was du dir hineinwünschst, auch darin sein soll. Gib wohl, du siehst mich nun nicht wieder. Gott befohlen, sprach der Bruder Lustig und dachte, ach, ich bin froh, dass du fortgehst, du wunderlicher Kauz, ich will dir wohl nicht nachgehen. An die Wunderkraft aber, die seinem Ranzen verliehen war, dachte er nicht weiter. Bruder Lustig zog mit seinem Gold umher und vertat's und verfummfei's wie das erste Mal. Als er nun nichts mehr als vier Kreuze hatte, kam er an einem Wirtshause vorbei und dachte, ach, das Geld muss fort und ließ sich für drei Kreuzer Wein und einen Kreuzer Brot geben. Wie er da saß und trank, kam ihm der Geruch von gebratenen Gänsen in die Nase. Bruder Lustig schaute und guckte und sah, dass der Wirt zwei Gänse in der Ofenröhre stehen hatte. Da fiel ihm ein, dass ihm sein Kamerad gesagt hatte, was er sich in seinen Ranzen wünschte, das sollte darin sein. Holla, das musst du mit den Gänsen versuchen. Also ging er hinaus und vor der Tür sprach er, so wünsche ich die zwei gebratenen Gänse aus der Ofenröhre in meinen Ranzen. Wie er das gesagt hatte, schnallte er ihn auf und schaute hinein. Da lagen sie beide darin. Haha, so ist's recht, sprach er, jetzt bin ich ein gemachter Kerl. Ging fort auf eine Wiese und holte den Braten hervor. Wie er so im besten Essen war, kamen zwei Handwerksburschen daher und sahen die eine Gans, die noch nicht angerührt war, mit hungrigen Augen an. Da dachte der Bruder Lustig, ach, mit einer hast du genug, rief die zwei Burschen herbei und sprach, da nimmt die Gans und verzehrt sie auf meine Gesundheit. Sie bedankten sich, gingen damit ins Wirtshaus, ließen sich eine halbe Wein und ein Brot geben, packten die geschenkte Gans aus und fingen an zu essen. Die Wirtin sah zu und sprach zu ihrem Mann, die zwei essen eine Gans, sieh doch nach, ob's nicht eine von unseren aus der Ofenröhre ist. Der Wirt lief hin, da war die Ofenröhre leer. Was, ihr Diebsgesindel, so wohlfeil wollt ihr Gänse essen? Gleich bezahlt, oder ich will euch mit grünem Haselsaft waschen. Die zwei sprachen, wir sind keine Diebe, ein abgedankter Soldat hat uns die Gans draußen auf der Wiese geschenkt. Ihr sollt mir keine Nase drehen, der Soldat ist hier gewesen, aber als ein ehrlicher Kerl zur Tür hinausgegangen, auf den hab ich Acht gehabt, ihr seid die Diebe und sollt bezahlen. Da sie aber nicht bezahlen konnten, nahm er den Stock und prügelte sie zur Tür hinaus. Bruderlustig ging seiner Wege und kam an einen Ort, da stand ein prächtiges Schloss und nicht weit davon ein schlechtes Wirtshaus. Er ging in das Wirtshaus und bat um ein Nachtlager, aber der Wirt wies ihn ab und sprach, »Es ist kein Platz mehr da, das Haus ist voll vornehmer Gäste.« »Das nimmt mich Wunder,« sprach der Bruder lustig, »dass sie zu euch kommen und nicht in das prächtige Schloss gehen.« »Ja,« antwortete der Wirt, »es hat was an sich, dort eine Nacht zu liegen. Wer's noch versucht hat, ist nicht lebendig wieder rausgekommen.« »Wenn's andere versucht haben,« sagte der Bruder lustig, »dann will ich's auch versuchen.« »Das lasst nur bleiben,« sprach der Wirt, »es geht euch an den Hals.« »Es wird nicht gleich an den Hals gehen,« sagte der Bruder lustig, »gib mir nur die Schlüssel und brav essen und trinken mit.« Nun gab ihm der Wirt die Schlüssel und essen und trinken und damit ging der Bruder lustig ins Schloss, ließ sich's gut schmecken und als er endlich schläfrig wurde, legte er sich auf die Erde, denn es war kein Bett da. Er schlief auch bald ein. In der Nacht aber wurde er von einem großen Lärm aufgeweckt, und wie er sich ermunterte, sah er neun hässliche Teufel in dem Zimmer. Die hatten einen Kreis um ihn gemacht und tanzten um ihn herum. Sprach der Bruder lustig, »nun, tanzt, solange ihr wollt, aber komm mir keiner zu nah.« Die Teufel aber drangen immer näher auf ihn ein und traten ihm mit ihren garstigen Füßen fast ins Gesicht. »Habt Ruhe, ihr Teufelsgespenster!« sprach er, aber sie trieben's immer Ärger. Da ward der Bruder lustig böse und rief, »Holla, ich will bald Ruhe stiften!« kriegte ein Stuhlbein und schlug mitten hinein. Aber neun Teufel gegen einen Soldaten war doch zu viel, und wenn er auf den Vorderen zuschlug, so packten ihn die anderen hinten bei den Haaren und rissen ihn erbärmlich. »Teufelspack«, rief er, »jetzt wird's mir zu arg! Wartet aber! Alle neune in meinen Ranzen hinein!« »Husch«, steckten sie darin, und nun schnallte er ihn zu und warf ihn in eine Ecke. Da war's auf einmal still, und Bruder lustig legte sich wieder hin und schlief bis an den hellen Morgen. Nun kamen der Wirt und der Edelmann, dem das Schloss gehörte, und wollten sehen, wie es ihm ergangen wäre. Als sie ihn gesund und munter erblickten, erstaunten sie und fragten, »Haben euch denn die Geister nichts getan?« »Warum nicht gar?«, antwortete Bruder lustig. »Ich hab sie alle neune in meinem Ranzen. Ihr könnt euer Schloss wieder ganz ruhig bewohnen. Es wird von nun an keiner mehr darin umgehen.« Da dankte ihm der Edelmann, beschenkte ihn reichlich und bat ihn, in seinen Diensten zu bleiben. Er wollte ihn auf seinen Lebtag versorgen. »Ach nein«, antwortete er, »ich bin an das Herumwandern gewöhnt. Ich will weiterziehen.« Da ging der Bruder lustig fort, trat in eine Schmiede und legte den Ranzen, worin die neun Teufel waren, auf den Amboss und bat den Schmied und seine Gesellen zuzuschlagen. Die schlugen mit ihren großen Hämmern aus allen Kräften zu, dass die Teufel ein erbärmlich Gekreisch erhoben. Wie er danach den Ranzen aufmachte, waren achte tot. Einer aber, der in einer Falte gesessen hatte, war noch lebendig, schlüpfte heraus und fuhr wieder in die Hölle. Darauf zog der Bruder lustig noch lange in der Welt herum und wer's wüsste, könnte viel davon erzählen. Endlich aber wurde er alt und dachte an sein Ende. Da ging er zu einem Einsiedler, der als ein frommer Mann bekannt war und sprach zu ihm, »Ich bin des Wanderns müde und will nun trachten, in das Himmelreich zu kommen.« Der Einsiedler antwortete, »Es gibt zwei Wege. Der eine ist breit und angenehm und führt zur Hölle. Der andere ist eng und rau und führt zum Himmel.« »Da müsste ich ein Narr sein«, dachte der Bruder lustig, »wenn ich den engen und rauen Weg gehen sollte.« Er machte sich auf und ging den breiten und angenehmen Weg und kam endlich zu einem großen schwarzen Tor und das war das Tor der Hölle. Bruder lustig klopfte an und der Torwächter guckte, wer da wäre. Wie er aber den Bruder lustig sah, erschrak er, denn er war gerade der neunte Teufel, der mit in dem Ranzen gesteckt hatte und mit einem blauen Auge davongekommen war. Darum schob er den Riegel geschwind wieder vor, lief zum Obersten der Teufel und sprach, »Draußen ist ein Kerl mit einem Ranzen und will herein, aber lasst ihn beileibe nicht herein, er wünscht sonst die ganze Hölle in seinen Ranzen. Er hat mich einmal garstig darin hämmern lassen.« Also ward dem Bruder lustig hinausgerufen, er sollte wieder abgehen, er käme nicht herein. »Wenn sie mich da nicht wollen«, dachte er, »Will ich sehen, ob ich im Himmel ein Unterkommen finde. Irgendwo muss ich doch bleiben.« Kehrte also um und zog weiter, bis er vor das Himmelstor kam, wo er auch anklopfte. Der heilige Petrus saß gerade dabei als Torwächter. Der Bruder lustig erkannte ihn gleich und dachte, »Oh, hier findest du einen alten Freund, da wird's besser gehen.« Aber der heilige Petrus sprach, »Ich glaube gar, du willst in den Himmel.« »Lass mich doch ein, Bruder, ich muss doch wo einkehren. Hätten sie mich in der Hölle aufgenommen, so wär ich nicht hierher gegangen.« »Nein«, sagte der heilige Petrus, »du kommst nicht herein.« »Nun, willst du mich nicht einlassen, so nimm auch deinen Ranzen wieder, dann will ich gar nichts von dir haben,« sprach der Bruder lustig. »So gib ihn her,« sagte der heilige Petrus. Da reichte er den Ranzen durchs Gitter in den Himmel hinein, und der heilige Petrus nahm ihn und hing ihn neben seinem Sessel auf. Da sprach der Bruder lustig, »Nun wünsch ich mich selbst in meinen Ranzen hinein.« »Husch«, war er darin und saß nun im Himmel, und der heilige Petrus musste ihn darin lassen. Der Spielhansel Da ist einmal ein Mann gewesen, der hat nichts anderes getan als gespielt, und da haben ihn die Leute nur den Spielhansel geheißen, und weil er gar nicht aufgehört hat zu spielen, so hat er sein Haus und alles verspielt. Jetzt, eben am letzten Tag, als ihm sein Haus weggenommen werden sollte, ist unser Herrgott und der heilige Petrus gekommen und haben gesagt, er solle sie über Nacht bei sich behalten. Da hat der Spielhansel gesagt, »Wegen meiner könnt ihr dableiben zur Nacht, aber ich kann euch kein Bett und nichts zu essen geben.« Da hat unser Herrgott gesagt, er solle sie nur aufnehmen, und sie wollten sich selbst etwas zu essen kaufen. Das ist dem Spielhansel recht gewesen. Da hat ihm der heilige Petrus drei Groschen gegeben, und damit sollte er zum Bäcker gehen und ein Brot holen. Da ist halt der Spielhansel gegangen. Wie er aber zu dem Haus gekommen ist, wo die anderen Spiellumpen drin gewesen sind, die ihm alles abgewonnen hatten, haben sie gerufen und geschrien, »Hansel, komm nur herein!« »Ja,« hat er gesagt, »wollt's mir die drei Groschen auch noch abgewinnen?« Sie haben aber nicht ausgelassen. Da ist er halt hinein und hat die drei Groschen auch noch verspielt. Der heilige Petrus und unser Herrgott aber haben immer gewartet, und wie er so lang nicht gekommen ist, sind sie ihm entgegengegangen. Der Spielhansel aber, wie er sie hat kommen sehen, hat so getan, als wären ihm die drei Groschen in eine Wasserlache gefallen und hat eifrig darin herumgestochert, aber unser Herrgott hat schon gewusst, dass er sie verspielt hat. Da hat ihm der heilige Petrus noch einmal drei Groschen gegeben. Diesmal aber hatte er sich nicht verführen lassen und hatte ihnen das Brot gebracht. Da fragte ihn unser Herrgott, ob er keinen Wein hätte. Da sagte er, »O Herr, die Fässer sind alle leer.« Da sagte der Herrgott, er solle nur in den Keller hinabgehen, es sei noch der beste Wein drunten. Er wollte es lange nicht glauben, aber zuletzt sagte er, »Ach, ich will doch hinuntergehen, aber ich weiß, dass keiner drunten ist.« Wie er aber das Fass anzapfte, kam der beste Wein heraus. Da brachte er ihnen den Wein und die zwei blieben über Nacht. Am anderen Tag in der Frühe sagte der Herrgott zum Spielhansel, er solle sich drei Gnaden ausbitten. Er meinte, er würde sich den Himmel ausbitten, aber der Spielhansel bat um Karten, mit denen er alles gewinnt, und um Würfel, mit denen er alles gewinnt, und um einen Baum, auf dem alles Obst wächst, und wenn einer hinaufsteigt, dass er nicht mehr herab kann, bis er es ihm befiehlt. Das gab ihm unser Herrgott alles und ist mit dem heiligen Petrus wieder fortgegangen. Da hat der Spielhansel erst recht zu spielen angefangen und hätte bald die halbe Welt zusammen gewonnen. Da sagte der heilige Petrus zu unserem Herrgott, Herr, das Ding tut nicht gut, er gewinnt schließlich noch die ganze Welt, wir müssen ihm den Tod schicken. Und da schickten sie ihm den Tod. Wie der Tod gekommen war, saß der Spielhansel natürlich beim Spiel. Da sagte der Tod, Hansel, komm mal ein bissl heraus. Der Spielhansel aber sagte, warte nur ein bissl, bis das Spiel aus ist, und steig derweil auf den Baum da draußen und brich uns ein bissl was ab, damit wir auf dem Wege was zu naschen haben. Ist also der Tod auf den Baum gestiegen, und wie er wieder hat herunterwollen, hat er es nicht gekonnt, und der Spielhansel hat ihn sieben Jahre droben gelassen, und derweil ist kein Mensch mehr gestorben. Da hat der heilige Petrus zu unserem Herrgott gesagt, Herr, das Ding tut nicht gut, es stirbt ja kein Mensch mehr. Wir müssen uns schon selber aufmachen. Da sind sie also selber gekommen, und da hat unser Herrgott dem Spielhansel befohlen, dass er den Tod herunterlassen sollte. Da ist er nun gleich gegangen und hat zum Tod gesagt, geh herunter, und der hat ihn gleich genommen und hat ihn erwürgt. Da sind sie nun miteinander fort und sind in die andere Welt gekommen. Da ist nun der Spielhansel zum Himmelstor gegangen und hat da angeklopft. Wer ist draußen? Der Spielhansel. Ach, den brauchen wir nicht, geh nur wieder fort. Da ist er zum Fegefeuer gegangen und hat wieder angeklopft. Wer ist draußen? Der Spielhansel. Ach, es ist schon Jammer und Not genug bei uns, wir wollen nicht spielen, geh nur wieder fort. Da ist er zum Höllentor gegangen und da haben sie ihn hereingelassen. Es ist aber niemand daheim gewesen als der alte Luzifer und ein paar krumme Teufel. Er hat gibt es auch manipulating, das ist ja genau, die jetzt ziehe Ende des Ziv compris vor. der Krogen Doctor, die Höllentor 이야기를 gepurry treaty gibt, w Hindi nicht ihr haltet. Untertitelung des ZDF, 2020